... und zurück sind wir. Wir hoffen, das läuft jetzt am besten besser. Und ja, die Betrate sieht besser aus. Ja, wesentlich besser. Also, schönen guten Tag nochmal an alle und einen schönen Nachmittag, Frühabend, wie auch immer. So, also lag es mal wieder an den guten alten Übermittlungen. So, ja, gut. Dann, denke ich mal, wird das jetzt laufen. Ich habe es sogar so, um es perfekt zu machen, nochmal zum ... Hervorragend, hervorragend. So, müsste es dann eigentlich ganz gut sein, ne? Ja. Ja. Wie gesagt, also, das andere Video wird ja nicht mehr online sein, deswegen brabbel ich das nochmal runter. Wir machen Singleplayer. Wechseln uns dann immer ab, weil ich glaube, es ist dann irgendwie ein bisschen schöner, auch zum Zugucken, wenn man einfach ein Vollbild hat. Ein was? Oben und unten. Ein Vollbild. Vollbild. Ja, wenn man nur als Einspieler spielt. Ja. Ist irgendwie so ein bisschen schöner. Also, falls wir irgendwie doof gepegelt sind oder irgendwas stört, dann schreibt uns gerne. Also, es sieht zumindest jetzt ganz okay aus, was ich da so sehe, ne? Ich meine, ich bin ja recht firm in den Dingen. Bist du, oder? Ja, wie du möchtest. Willst du? Ja, dann mach du das erste Mal. Okay. Kannst du ja von unseren Ereignissen des Tages erzählen. Ja, das ist dann so ein bisschen ... Wo muss ich denn noch? Da muss ich drücken. Das ist dann so ein bisschen demotivierend wieder, wenn man sehr, sehr lange rumgewuselt hat jetzt. Und, ja, dann endlich ein Mischer gefunden hat, der ... Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich erzähle einfach erstmal grob, dann kann ich Nils da mehr zu sagen. Ein Mischer gefunden hat, der nicht so einen lauten Lüfter hat. Und, äh, weil wir ja auf dem Sofa hocken und hier getrillt, ähm, vor dem Fernseher streamen, ist das alles ein bisschen anders und die Wege sind länger. Und allein die Tatsache, dass wenn du einfach ein Kabel verlängerst, schon bei manchen Fällen einfach die Qualität so im Keller ist und man sich total komisch anhört, äh, das bedenkt man halt alles am Anfang nicht so. Und deswegen müssen wir sehr, sehr oft irgendwas umändern und dann passt es gut und dann wechseln wir nur ein Kabel aus und dann funktioniert es wieder nicht. Und, ja, deswegen, ja, haben wir jetzt endlich eigentlich einen Mischer gefunden, wo man halt zwei XLR-Kabel anschließen kann. Ja. Und, ähm, da gab es dann auch wieder einen Haken. Der Ton war klasse. Ja. Es hat auch super funktioniert. Ja. Ähm, ja. Möchtest du den Rest sagen? Ja. Im Großen und Ganzen kann man es so sagen. Jedes Teil, was, was, äh, ja, irgendwas mit Audio oder Video zu tun hat, hat seine Vor- und Nachteile, ne? Und das Problem ist einfach, dass du, ja, erstmal die ganzen Vor- und Nachteile rauskriegen musst und wir dementsprechend ordentlich hier am Rödeln waren. Und, äh, ja, ganz am Anfang war es halt so. Wie du so dumm herumredest. Ja, ich muss ja ein bisschen weiter ausholen. Das Problem ist einfach, du hast, ähm, sag mal, also entweder gutes Bild oder entweder guten Ton. Und jetzt da alles, äh, unter einen Hut zu kriegen, das ist halt die große Kunst. Das heißt, du willst ja auch nicht, als, sagen wir mal, mehr oder weniger Hobby-Streamer, ne? Ähm, willst ja auch nicht ein Million Euro ausgeben für irgendeinen super teuren High-End-Gedöns. Sondern du willst ja im Prinzip das so günstig wie möglich halten, aber willst genau das, was du eigentlich haben willst. Na ja, für ein Hobby ist es aber trotzdem recht teuer, was wir hier stehen haben. Also ich sag mal so, ich hab ja insofern auch beruflich mit solchen Sachen zu tun, deshalb kenne ich mich da schon ein bisschen aus. Aber trotzdem ist es halt ein Hobby. Und, ähm, da du jetzt auch nicht immer mit Hobby-Streaming und sonst wie zu tun hast, ist es halt so ein Lernprozess. Und, ähm, da dann entsprechend zu gucken, welches Equipment passt für was am besten für dieses Hobby, ne? Was das ja eigentlich ist. Man muss ja auch sagen, für mich als eine Person am, äh, am PC streamen. Weil das ist eben der Knackpunkt. Es gibt so viele tolle Sachen und die würden perfekt funktionieren, wenn wir nicht zu zweit streamen würden. Und wenn es halt eben am, am PC einfach nur wäre. Ja, es ist, es ist halt schwierig. Ja, und, ähm, ja. So, das sieht jetzt so aus von wegen, ja, Ton war jetzt super, ne? Nichts auszusetzen und, ja. Hast du mal, hast du dann wieder so richtig schön einen reingewirkt gekriegt, weil jetzt das Bild nicht so toll war, ne? Und, ähm, ja. Was willst du machen, ne? Es geht halt auch einfach, soll ich dann den machen? Ja, wenn du magst. Ja. Es geht auch einfach viel Zeit drauf, ne? Du stellst was, dann musst du wieder warten. Dann, äh, kommt es endlich an und du willst es ausprobieren. Wo mache ich ihn nochmal, ähm? R2. Ah, okay. Ja. Na, und das ist halt einfach ärgerlich, wenn du dann wirklich guckst und dir sicher bist, dass es funktioniert. Und es hat einfach super funktioniert. Und jetzt kannst du auch sagen, was nicht funktioniert hat, weil das wissen die ja noch gar nicht. Hm. Also, ich hatte ja gesagt, dass du entweder guten Ton oder gutes Bild hast bei diversen Geräten. Und das Problem ist, unser bisheriger Mischer, das ist also ein ganz rudimentär kleines Teil, der hat, jetzt Achtung festhalten, der hat keinen Kopfhörer-Ausgang. So. Das heißt. Das hört sich an, als wenn du den McKick bestellt hättest. Ja. Also, es ist schon, es ist ein Mutter, ist ein guter Mischer. Also, ich sag mal so, es ist, äh, so, so der Name im Low-Budget-Bereich, ne? Aber mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall das Ding, also das günstigste vom günstigsten in dem Fall, hat keinen Kopfhörer-Ausgang. Ähm, Bildqualität super, Tonqualität ist auch super, aber... Man muss sagen, dass im Prinzip jetzt ein Gerät, was jetzt 1000 Euro gekostet hat, ähm, damit... Nein, das hat es jetzt nicht gekostet. Nee, ich meine, ich wollte was ganz anderes sagen. Äh, dass das jetzt im Prinzip schlechter ist, als das Low-Budget-Gerät. Äh... Naja, nur, dass es halt eben den Ausgang nicht hat. Ich, äh, ich komm da ja noch drauf, ja, ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall fährst du halt das nächste dann auch noch. Auf jeden Fall, das Problem ist halt, Bild ist super, Ton ist an und für sich auch super. Äh, du hast halt nur keinen Kopfhörer-Ausgang. Ne? Ne? Und, ähm, das Problem ist, klar, du kannst es natürlich am PC anschließen, äh, also den Kopfhörer, ne? Aber... Aber wir wollten halt ein bisschen weniger Equipment hier stehen haben, wir haben jetzt zwei Mischer da stehen. Ja, aber das Problem ist halt, dass wenn du das Ganze an den PC anschließt, dass du dann dich wiederum auf der Couch, ne, mit einem längeren Kabel, nicht gut hörst. Und selbst, wenn du den Kopfhörer direkt an den Audio ausgehörst, hörst du dich auch nicht gut, ne? Das ist aber übrigens interessanterweise nur bei Sprache so. Wenn du jetzt hier den Game-Sound hörst, alles super. So, und der Trick an der Sache ist, wenn du, ähm, ich lieb das. Okay, ja, dann geht durch weiter. Ja, und, ähm, boah, jetzt bin ich mir so abgelenkt, ey. Entschuldigung. Ne, ne, schon richtig, aber du musst die dritte Strecke auswählen. Habe ich doch. Ist auch ausgewählt gewesen. Ach so. Ja, okay. Ach so, ich sollte mal vielleicht was updaten, ne? Ich hätte meine Werkstattung. Ah, passt schon. Das geht noch. Auf jeden Fall. Ah, das geht noch. Das, das Problem ist einfach, das Einzige, was bisher funktioniert hat, ist, dass du hingehst und im Prinzip den, 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 den Spielatmoton und das, was wir hier so, was wir hier so blubbern, dass du das in einen Mischer reinklopst und der geht dann einfach nur in den PC, ne, mit so einer Capture-Card und gleichzeitig aus dem Mischer gehst du mit dem Kopfhörer raus. So, und das ist die einzige Chance, die wir irgendwie haben. Ich weiß nicht, wieso. Auf jeden Fall, das funktioniert super. So, und, ähm, das ist ja insofern auch jetzt nicht schlimm, weil du kannst dann über den Mischer, wenn du denn einen guten hast, dann kannst du ja auch eine andere Konsole anschließen oder deinen Gaming-PC, also ist ja nicht nur so, dass wir jetzt, also wir in dem Fall, dass wir jetzt hingehen wollen und, weiß nicht, nur eine PS4 anschließen wollen oder nur eine Switch, sondern wir wollen da unseren ganzen Konsolen-Fuhrpark dran kloppen. Und, ähm... Haben wir ja schon. Ja, und dementsprechend ist so ein kleiner Mischer nicht schlecht, aber eben mit Kopfhörerausgang. Oh nein, das ist wieder diese doofe Strecke hier, ne? Ach, schaffst du. Oh je je je, oh, no, 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 no. Oho, oh, 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 oh. Oh nee, das ist eine doofe Strecke, oh. Ja, so auf jeden Fall, das Problem ist jetzt einfach, dass bei den bisherigen Mischer-Bilds super waren, Ton war auch super, wenn du das denn in die kleinen Mikrofon-Stöpsel rein getrickt mitgekriegt hast. Und, ähm, ja. Ja, mit dem neuen Mischer haben wir jetzt das Problem, da ist der Ton super, aber das Bild ist bescheiden, sage ich mal. Deshalb habe ich jetzt auf den letzten Drücker... Für seine Ansprüche ist es bescheiden. ...habe ich jetzt, ja, ich sage ja, man wird es sehen. Wenn ich das mal kurz anspreche, würde das sofort ansehen. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, du hast noch nie das gesehen, was ich auf Twitch schon gesehen habe. Manche Leute, was die streamen, also das ist schon, da erkennst du gar nichts. Aber du möchtest ja... Ich weiß, ich wollte nur mal sagen, dass du sehr hohe Ansprüche hast. Und das ist dann übrigens, also es ist jetzt nicht böse gemeint, Nils weiß ja, wie ich das meine, aber das ist manchmal echt anstrengend, weil Nils sehr hohe Ansprüche hat, was Technik angeht und... Ja, ich kenne das halt aus dem Beruf. Ja, er hat es ja gelernt. Wenn da irgendwas nicht gut ist, dann kriegst du halt kein Geld. Und das nehme ich natürlich dann auch in meinen Privatbereich mit rein, weil wenn ich schon irgendwas mache, dann will ich es auch richtig gut machen. Vor allen Dingen, wenn ich da mich auskenne. Und deshalb ist es halt, ja, schwierig, da irgendwie was auf die Beine zu stellen, wenn das Ganze... Oh, aieieiei, oh, wieder dagegen, ne? Aieiei, wenn das... Fahren wir jetzt einfach da lang. Wenn das halt nicht so super ist. Ja, und deshalb Dann ist dann immer der Nervenzusammenbruch fünf Minuten vorm Stream garantiert Ja, das ist halt ätzend, weil klar, ich könnte mir jetzt, weiß ich nicht für 3000 Euro einen Mischer kaufen der hätte alles Das wäre so der Mercedes unter den Bentleys, gefühlt und im Kofferraum hast du da noch ein Ferrari drin aber das kann ja jeder und außerdem Jeder, der Geld hat Ich meine, leisten kann man es sich, aber ob man das auch wirklich will, weil schlussendlich Es ist für ihn die Herausforderung Ja, es ist nicht die Herausforderung in dem Sinne, man möchte halt einfach das Geld dann nicht unbedingt in so teure Hardware investieren wenn es auch irgendwie anders geht und das Einzige, was es ja halt ist im Moment dass keiner von diesen Scheißdingern einfach einen Kofferraum hat Hast du das böse Wort gesagt? Ich krieg wieder ein Bier Uh Ja, ist doch egal Wir müssen irgendwie so einen so einen Sound im Chat machen dann Ja Immer wenn du ein böses Wort sagst krieg die Luh ein Bier Oder musst du die dann live trinken die Biere dann auch, ne? Ja Ja Wenn du die hier hochschleppst Ja Trinkst die dann live und wenn du lallst und hier auf der Couch tanzt ist mir egal Nein Das werden wir dann So oft kommt es ja nicht vor, dass du ein böses Wort sagst Ja, auf jeden Fall das Problem ist einfach ich hatte Wann war das? Letzte Woche? Vorletzte Woche hatte ich einen Nein, nein, nein Oh Ausprobiert Nein, 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 nein Von mehr oder weniger fast schon der Marke des Vertrauens Und Der wäre perfekt gewesen Aber der hatte zum Verrecken einen sowas von lauten Lüfter Da wäre ich am liebsten aus dem Fenster gesprungen Vor allem Ich war ja nicht hier Und dann sagte der Nils Ja, ich habe gerade den Mischer ausgeräumt Und war ausgepackt und ausprobiert Und war so richtig down Und ich so, was ist? Und er so, ja, der ist so laut Und hat mir dann eine Memo gemacht davon Und der war wirklich, wirklich laut Also es hat der Hasse in eine Memo gehört Ja, und das ist halt Und das tat mir dann schon leid Ja Und jetzt dachten wir so, okay Jetzt einen Mischer bestellt Der 200 Euro günstiger ist Also ich habe mich richtig gefreut, ne Der war günstiger Du hast alle Anschlüsse Du hattest alle Anschlüsse, die du brauchtest Ne, das auf den ersten Blick Oder aufs erste Hören War dann auch super Und, ähm Ja Jetzt stellt sich heraus Dass die Bildqualität wieder schlechter war Und das ist einfach so Ich hätte das gar nicht auf dem kleinen Monitor da gesehen Ne Ja Gut Ich sag mal so Da ja an unserem Computer eh noch Noch eine Umbaute vorgenommen werden muss Das ist so ein Neverending Story bei uns Ähm Sieht man jetzt vielleicht das nicht unbedingt Aber ich habe ja im Prinzip einen Kontrollbildschirm Beziehungsweise ist es eigentlich total einfach Wenn du dir das auf dem Fernseher anguckst Das Bild, was wir hier haben Und das gleiche haben wir ja auch Dann, ne Was ihr ja jetzt seht Dann siehst du einfach himmelweite Unterschiede Ne Und Noch nicht mal mit Brille Also Das kann man auch so sehen Und das ist dann halt Weiß ich nicht Extrem ernüchtern Einfach wenn du Kindlich rumeierst Und Es funktioniert einfach nicht Ja Und Ähm Ja im Prinzip stehen wir jetzt wieder am Anfang Wobei mir fällt gerade ein Ich wollte noch was Äh Noch eben was gucken Das ist wichtig Da muss ich jetzt mal kurz eben hin Deshalb kann die Lu mal für fünf Minuten kurz was erzählen Und dann bin ich sofort wieder da Ganze fünf Minuten Toll wenn man auf Potracer Werkstatt geht Kommt man einfach nur zu diesem Bild Wow Mal gucken was man hier so schönes kaufen kann Wie viel Cola haben wir eigentlich Bin ich denn blind? Wir brauchen was für Kurvenlage oder? Können wir noch nichts für Kurvenlage holen? Ähm Warum? Jetzt geht's Aha Was hatten wir denn letztes Mal noch Ähm Aufgerüstet War das die Kühlung? Was war das denn? Die Die Beschleunigung? Jetzt hab ich Schluck auf ey Das Kuss Luft anhalten Vielleicht ist er jetzt weg Ich mach mal ein bisschen Beschleunigung Oder? Ähm Oh Ähm Ja wir haben 4000 Ja komm Gönnen wir uns mal Also hab ich's wieder falsch gedrückt Ist das jetzt schon montiert? Das ist doch schon montiert gewesen dann Okay vertrauen wir jetzt mal drauf Dann mach ich das nächste Rennen auch noch Boah Diese Bildqualität Guck mal Da hätte man halt eh nicht gemerkt Guck mal Hätte man eh nicht gemerkt Wobei in klein sieht's eigentlich besser aus Ach die Strecke war das Aber wir strangulieren uns jetzt nicht mehr mit unseren Kopfhörern Die hab ich nämlich jetzt fixiert Ne Er nickt Schopfst du jetzt wieder? Ja Tja Auf geht's Ich glaub die hab ich noch nie gespielt Die ersten beiden hab ich schon mal gespielt Und auf geht's Ah ich glaub die war recht lang Meine ich zumindest Ah jetzt erinnere ich mich dran Die hab ich doch schon mal gespielt Das war doch die mit diesen Türen ne? Wo ich mal gegen geramst bin Oder? Ja Dann hab ich die schon mal gespielt Also ich muss sagen Dieses Geschwindigkeitsgefühl Bei diesem Spiel Ist so cool Das haben sie wirklich richtig gut hingekriegt Ja Oh jetzt hab ich's hingekriegt Oh oh Das war keine gute Idee Nichts ohne lassen wir das besser Ich sag ja der ist recht lang Aber diesen Unterwassertunnel find ich schon nice Ich krieg das hin Ich krieg das hin Und kleiner Funfact am Rande Wir sind wieder hungrig Also ich zumindest Bist du auch hungrig? Okay Nils auch Aber nachher gibt's Boah Nachher gibt's Pizzabrötchen Gefüllte Pizzabrötchen Ne? Oh ein neuer Rekord Man geht eigentlich Na das machen wir jetzt wieder nicht Nein Da fahren wir jetzt auch nicht lang Also ich muss sagen Es ist schon tricky Dann so diese Selbstgespräche zu führen Ich mein die meisten streamen mir alleine Und da hab ich schon echt Respekt vor Aber wenn mir nichts einfällt Dann kann ich immer zu Nils sagen Okay kannst du jetzt mal bitte was Wow Kannst du jetzt mal bitte was reden Und dann fängt der Nils an zu reden Und redet dann halt die ganze Zeit Also der könnte irgendwas moderatieren Wollte ich echt moderatieren sagen Der könnte irgendwas moderieren Ne? Möchtest du dich nicht hier hinsetzen? Wenn du da Nur so stehst Du kannst auch im Sitzen googeln Das funktioniert auch im Sitzen Jetzt krieg ich's aber hin Boah Uiuiui Boah ich liebe das Wenn die Runden so lang sind Ne? Auch bei Mario Kart Oder diese Strecken Was ich letztes Mal im Stream schon gesagt hab Wenn die so in einem sind Also wenn's keine verschiedenen Runden gibt Sondern wenn's halt wirklich eine lange Eine lange Strecke ist Die dann eben unterteilt ist Ich find das immer richtig cool Nein nicht da lang Oh Mist Gab's denn nicht auch irgendwo so'n Boost? Hä Wo kommt man denn dann raus Wenn man da oben links lang gefahren wäre? Ach da Nein Nein Boah wieder dagegen Das gibt's doch gar nicht Nehmen wir diese Schleichwerbung hier Ich weiß nicht ob ihr das gehört habt Nee nee Wir haben gar nichts zu trinken Uns hier hingestellt Ich werd es schaffen Ich weiß gar nicht wie weit die anderen weg sind Auf welchem Spiel Schwierigkeitsgrad steht das? Dann können wir es ja später nochmal in schwer Spielen Aber das Handling ist so cool hier Es ist so Ich liebe das Nochmal kurz vorm Ende übergegenrasseln Du hast was verpasst Die sind voll die da liegen Ja Jetzt kommt der Kollege wieder Ja Yeah Den muss ich mir mal anhören So Weiter geht's Im Text Dann gehen wir nochmal in die Werkstatt Wie so ein kleines Kartonmännchen Ne? Genau Upgrades Was wollen wir denn jetzt noch machen? Oder willst du jetzt mal Ich würde hingehen Ich würde hingehen Dass du die Robustheit Verbessert Verbesserst Kühlung und Reparatur Kühlung und Reparatur Ich glaub Reparatur ist sogar besser Weil Kannst du nichts glaube ich Doch kann Kühlung Ja Reparatur Was noch? Oh Tempo Guck mal Sollen wir noch ein bisschen Tempo machen? Ja wenn du magst Oh Das kostet ein bisschen mehr Schleunig Ich glaub mal alles was rot ist Kannst du nicht Ne das ist schlechter Achso Okay Ähm ich würde sagen Wir machen jetzt erstmal noch Ein und Rennen Ja gut Damit wir Wissen was wir brauchen Weil wenn wir jetzt schlecht sind Dann wissen wir ja Okay wir könnten jetzt Vielleicht noch das und das gebrauchen Wäre vielleicht eine ganz coole Sache Oder was meinst du? Mhm Okay Dann werde ich mir jetzt was zu trinken holen Wie der da oben hängt So aus vielen Alien Also äh aus Alien Ja ja Schon ne Ja Ich hab da noch mal mein Water hier Mhm Ja also ich fahr mal kurz weg Und hab aber nix neues rausgekriegt Mhm Ist halt schon blöd Ja Und so sieht's aus Tja Das heißt Wir hören uns jetzt erstmal weiterhin Nicht selbst Also gegenseitig Was machen wir? Wir hören uns jetzt erstmal nicht Ja relativ Ich hab da Ich hab da Ich hab da Äh Noch eine Sache Die werde ich gleich nochmal gucken Mhm Aber gut Wird man sehen Die hab ich auch schon mal gespielt Glaub ich Mhm Das ist dann immer so Wenn man schon so denkt Okay Game over Jetzt läuft nix mehr Mhm Und dann Dann du noch so Oh War da nicht irgendwas? Muss ich da nicht irgendwas machen? Ja Ein Boost machen glaube ich Wie geht das? Ähm Ich weiß es jetzt gar nicht mehr Ich auch nicht Mit Weiß nicht Viereck oder so Ich weiß es Keine Ahnung Äh Wenn man denkt so Okay Jetzt geht gar nix mehr Also ich konnte nichts machen Oh Oh Entschuldigung Hä Wo war das denn? Ich war das nicht Oder musste man das erst kaufen? Ich weiß es nicht Hm Also was ich sagen wollte Also ich fliege jetzt da gleich wieder hin Ne? Ich weiß Vielleicht musst du dann Runter drücken Damit er hoch fliegt Ja Weiß nicht Aber den Den Fall hab ich ja auch gehabt Also was ich eigentlich sagen wollte Ist wenn man dann so denkt Okay jetzt läuft gar nix mehr Dann steht der Nils dann immer so Und dann Sind wir beide frustriert Und dann sagt er so Ah Moment Ich glaube das könnte man noch so und so machen Und dann fällt ihm was ein Und dann geht's So Also wir sind schon Ja sind wir ein Stückchen weiter Ja Und das funktioniert weiterhin nicht Okay Also da müssen wir uns Irgendwas überlegen Ja aber dein Boost ist doch Ja aber ich hab keinen Boost Ich hab ja alles gedrückt Es funktioniert nichts Jetzt kannst du boosten Nicht? Nein Das funktioniert nichts Hm Das ist irgendwie komisch Ich hab alles durchgedrückt Es geht nichts Und wenn du Nein geht nicht Ich hab alle durch Ich hab alle Dinge Danke Upsi Entschuldigung Ich hab alle durchgedrückt Es funktioniert nichts Okay Dann gehen wir gleich nochmal in die Werkstatt Und gucken mal Wow wir haben fast 900 Aufrufe Ja ist doch gut Cool Andere so 90.000 Aufrufe Ja wir sind schon froh über 900 Ja Ne ganz klare Kiste Und wie Oh Jetzt hast du es hingekriegt Wie hast du es gemacht? Ich hab mit dem linken Hab ich was gemacht Ich weiß zwar nicht wie Aber ich hab was gemacht Gute Voraussetzung Ja genau So ist es So ist es So ja Und so soll es bleiben So willst du jetzt Ins Dingsbums gehen? Ja jetzt musst du erstmal Auf das nächste Rennen gehen Dann gehst du auf den Was? Hä? Genau weiter So dann Und jetzt gehst du auf Upgrades Okay Upgrades So hier Genau Und jetzt gucken wir mal Hm Ja Eigentlich haben wir ja schon alles Ne? Äh Wie wärs mit Tempo verbessern? Teile kaufen Das Tempo Ja warte mal Das ist jetzt Optionen Ne? Ja ich weiß Ich wollte gucken wie die Steuerung ist Weil vielleicht steht das ja So Hm Was ist dein Schrottplatz? Keine Ahnung Ich sag ja Kartonmännchen Was? Ich sag ja Kartonmännchen Ähm Aha Okay Gut Ja dann Haben wir das jetzt auch Ge Druiden kaufen Hä? Soll ich das mal eben googeln? Ja von mir aus Weil wir haben es ja schon gemacht Aber Ja Hier Der Trick funktioniert nur wenn in der Geschwindigkeitsanzeige das grüne Licht leuchtet Man hält R gedrückt und drückt den Analogstick nach vorne Ah Aha Also eher hier den Analogstick so nach vorne drücken und dann Ne den linken glaube ich Das ist der linke aber du hast ja etwas von dem rechten gesagt Nein rechts du drückst ja rechts auf Auf ähm Was denn ich hab doch aber schon eher für Rechts genau Rechts genau Ja den muss ich doch eh drücken Und dann drückst du hier nach vorne Siehste Dann geht's schneller oder nicht Achso ja stimmt Hast recht Wie ist das mit der Reparatur? Was muss ich da nochmal drücken? Ähm Moment Ich google das Repair Und Kühlung Wir müssen Kühlung und Reparatur müssen wir verbessern Part of my car outside Ne outside nicht Ähm Au Oh nein ich hab's gesehen Au Das sah cool aus ich hab's nochmal gesehen Aha So langsam war es ganz gut das mal zu wissen Wie das mit der Reparatur funktioniert Hm Ich such gerade Ja 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 Jetzt ist Ende Hä Hier steht immer nur outside Of a race Und tschüss So jetzt bin ich nur noch dritter Also du musst den Boost auch drosseln Ne Ja ich weiß Sonst überhitzt du Witz Witzige Leute hier Ne Bleibt auf der Strecke So als Tipp Ne Wir fahren einfach irgendwo anders lang Hm Hm Hey Ich find hier nichts. Aber wir haben das doch schon gemacht. Ich check das nicht. Das ist so viel zum Thema, ne? Was wir gestern meinten. Man spielt ein Spiel und vergisst dann, wie es funktioniert. Tja. Gucken wir mal hier. Reparatur des Podracers. R lange halten. Aber mit R beschleunigst du doch. Vielleicht oben. R1. Nein, 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 nein. Aber hier steht eine ganz andere... Was für eine Konsole ist das, bitte? Weiß ich nicht. Weil hier steht... Was? Wenn du während der Fahrt zweimal R drückst, redet dein Fahrer und deine Gegner werden langsamer. Hä? Was hast denn du jetzt gemacht? Abgestürzt. Shit. Also irgendwie... Hier steht eher halten. Ja. Wie sympathisch. Hier einmal die Steuerung für Neulinge. In Klammern. Ich bin selber einer. Ach shit, letzte Runde. Ich glaube, die Strecke musst du gleich mal fahren. Hm. Wow. Oh. Oh. Ah. Hier steht nur, was das ist. Also, was der Boost ist. Also, wenn ich eher gedrückt halte... Oh, Reparatur. Ja, da steht. Reparatur. Stimmt. Ah, okay. Aber... Das Problem ist, ich glaube, du wirst dann langsamer dabei, ne? Das kann sein. Hier. Ein hoher Reparaturwert wird Schäden schneller beheben und ihre Geschwindigkeit nicht so sehr beeinträchtigen. Aha. Okay. Also. Du hast jetzt herausgefunden, wo man das macht. Das, äh... Müsstest du mir dann gleich nochmal sagen. Boah. Ganz knapp. Fällt da übrigens gerade ein, ich hab gar nicht bei Instagram eine Story gemacht, dass wir live sind. Das erklärt, warum wir nur zwei Zuschauer haben. Ich vergesst mich. Ich vergesst mich. Jetzt hat dich das jetzt aus dem Konzept gebracht. Ja. Ne, das wird nix. Und ich hab Hunger. Ich bin genervt. Ach, shit. Der Tag hat so gut angefangen, ne? Das Ding ist angekommen, alles aufgebaut, alles angeschlossen. Super klasse. Aber nö. Vor allem, wir haben sogar noch, Nils, noch seinen Eltern auch noch gesagt, so, ja, könnte mal Daumen drücken, dass der neue Mischer nicht so laut ist und alle so hier Daumen gedrückt. Und das hat einfach nichts gebraucht. Also ich meine, er ist ja nicht laut gewesen, ne? Nein, die Bildqualität ist einfach nur... Aber... Nicht so gut. Toll, jetzt muss ich fahren, obwohl ich jetzt eigentlich was essen wollte. Wieso was essen? Essen gibt's... Ja, ich hab da noch so ein Schoko-Dings drin. Wo? Der du nicht so gerne isst. Egal, hol ich. Das ist Zartpitter-Schokolade. Egal. So, Pitter-Schokolade. Ich isst alles... Ne, 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 das isst du nicht. Den hab ich mir geholt. Du weißt jetzt genau, was für einer das ist da. Du hast da noch so andere Dinger. Irgendwas mit Crispy-Cookie-Dinger da. Da, in diesem silbernen Päckchen... Oh, meine Güte. Okay, ich krieg das noch hin mit dem Reden. Ja. Die sind noch haltbar. So. Ja, gut. Hat jetzt so gut funktioniert, dass er jetzt nur für sich was mitgebracht hat. Aha. Warte mal, Cookies. Was? Cookies sind das? Ja. Okay. Es fehlt nur noch so eine Milch. So. Ich hab schon wieder falsch gedrückt. Also. Was möchtest du jetzt haben? Äh. Weiß nicht. Das ist halt echt schlecht, ne? Was denn? Die Reparatur. Die machen wir mal. Ja, gut. Wir haben ja genug, ne? Weil dann sind wir nicht so langsam, wenn wir uns reparieren. Dann können wir öfter mal irgendwo vordonnern. Das Gute ist, dadurch, dass wir uns jetzt gegenseitig nicht hören, höre ich nicht, wie laut der Nils gerade ins Mikrofon knuspert. Ja. Nein, das war nicht böse gemeint. Ach, alles gut. Verleunigung Tempo? Was? Ist zu teuer. Genau, ist nicht gut for you. Hä? Kurvenlage ist eigentlich gut, ne? Hm? Das ist die Beschleunigung. Oh. Das war zu teuer. Ja, komm, probieren wir es mal so, oder? Okay. Hm, schmeckt eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Haben wir ja schon gesehen, ne? Hm, genau. Dann gutes Gelingen. Dankeschön. Achso, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, holt euch gerne was zu trinken, was zu snacken. Macht es euch gemütlich. Hm? Oh, ich weiß jetzt schon nicht, wo ich hin muss. Äh. Okay. Fängt schon gut an. Also, du musst mir dann gleich nochmal sagen, wie ich das machen muss, ne? Mhm. Oh je. Was genau denn? Ja, das mit dem Boost und so. So, ja, du hast doch gesagt, du musst den Linken nach vorne drücken. Oh je, oh je, oh je. Oh oh. Ja, was muss ich jetzt machen? Hm. Äh, R1 gedrückt halten. R1 gedrückt halten. Ja, das habe ich gemacht. Hat nicht so gut funktioniert. Also, ich gebe mit R2 Gas, das heißt, ich muss dann mit einem anderen Finger dann irgendwie R1 drücken. Ist doch blöd. Ich weiß. Ich weiß. Ju, 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 okay. Ja, ich hätte vielleicht sagen sollen, dass du nicht ihre Energiestrahl fahren sollst. Na, ist eigentlich naheliegend, oder? Ja. Jo. Das war jetzt ein extremer Fail, ne? Also, das war schon sehr lustig. Da musste ich mir mal ganz zusammenzupressen, nicht zu lachen, weil du bist genau mit dich schön hereingefahren. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Toll. Eigentlich wollte ich diesen Stream über einfach mich hier so hinschillen und so ein bisschen was snacken. Was ist? Jetzt bin ich wieder die, die hier fahren muss und Nils isst. Soll. Aber nur weil du die unbedingt fahren wolltest, Mann. Ich wollte die gar nicht fahren. Du wolltest dich ja auch abwechseln. Nein, ich wollte meinen Keks haben, der da vorne immer noch liegt. Mein Schokoriegelding. Was für ein Schokoriegel? Ach, das ist das lange Teil da. Ach so, wie soll ich den holen? Ich kann den jetzt nicht essen, während ich fahre. Don't drink and eat. Don't eat and drive. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Don't drink and eat. Wow. Gut. Ja. Hat man jetzt auch geklärt, ne? Soviel zum Thema. Frauen können multitasking besser als Männer, ne? Du solltest Reparatur drücken jetzt ganz schnell. Ja, wo muss ich jetzt drücken? Ja, ganz schnell auf R1 drücken. Ja, ich drücke doch. Ganz oft? Ach so. Ah, okay. Ah. Ich habe die ganze Zeit ganz oft gedrückt. Also ganz schnell. Ne, dann musst du gedrückt high tenden. Okay. Und möglichst dann, wenn eine gerade Strecke ist und die dann nicht extremst in deiner Nähe sind. Sonst könnte das nämlich ein bisschen schwierig werden. Oh. Schwein gehabt. Nein, jetzt kommt wieder dieses Doofe hier. Schaffst du. Hm. Schaffst du. Hm. Jetzt nach oben oder unten. Genau, sehr gut. Machst du das doch prima. Hm. Das sieht gut aus. Du kannst es schaffen. Das Ziel kann... Ist in Reichweite. Ich weiß nicht, wohin. Boah. Es ist in Reichweite. Es ist in Reichweite. Ich muss aber trotzdem noch eine Runde fahren, oder? Ja, das stimmt. Aber du schaffst es. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Du hast das echt gut gemacht. Ja, bis jetzt. Hm. Okay, ich krieg das hin. Oh je, oh je. Okay. Oh, da werd ich jetzt immer wieder... Ja, Moment, ich muss warten, bis eine gerade Strecke ist. So, dann gib mal ein bisschen Stoff langsam. Ein bisschen Stoff langsam. Nein, ein bisschen mehr Stoff. Aber nicht zu viel. Wobei es eigentlich gut, wenn ich das Wustern... Äh, meine Güte hier. Äh, wenn ich das reparieren... ...wenn ich das mache, wenn... ...ich nicht eine gerade Strecke hab, weil... ...da muss ich ja eh langsamer fahren. Na gut, das kann natürlich auch sein. Weißt du? Das gar nicht... Mehr kann ich nicht. Also der ist recht nah hinter dir. Ja, mach mir gar keinen Druck. Ha. Das wird schon. Schief gehen. Ja, das schaffst du. Machst du's gut. Du bist quasi die talentierteste Porträtsefahrerin. Naja. Vielleicht sollte ich das Mikro auch mal näher dran machen, ne? Fühlt man gerade so ein. Ja, das ist, wenn man sich nicht selbst hört. Das ist ein bisschen blöd. Ja, oder wenn ich gerade Kekse gegessen habe. Hey, wieso bin ich denn jetzt schief? Ich war doch gerade gerade. Ich war doch gerade gerade. Jetzt gerade bist du ja auch wieder gerade. Jetzt bin ich wieder gerade. Das ist auch... Du machst das gut. Hm. Absolut. Du machst das sehr gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du mit fast 500 dahergedonnert bist. Tja. Wuuh. Bitteschön. Ja, sehr gut. Ah. Au. Ja. Tat gar nicht weh. Tat gar nicht weh. Aber das ist gar nicht deine Karre, die die da reinfahren. Hm. 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 So, dann gönne ich mir auch mal so ein Cookie-Ding hier. Okay. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre weiße Schokolade. Aha. Da steht irgendwas mit White. Cookie. Mhm. Cookie-Chip. Oh. 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 Hallo und Servus Yoshi, okay, hallo und schön, dass du da bist. Hallo. Tschüss. Was? Achso. Danke. Ich glaube, es steht etwas Neues im Chat. Ich habe das nur aus den Augenwegen so gesehen. Hallo, One Hand Speed Run. Schön, dass du im Stream wirst. Ja, jetzt ist die Quali wieder gut. Was denn? Die Quali ist jetzt wieder besser. Also es ist jetzt hervorragend. Ja, ist doch gut. Ja, aber läuft doch bei dir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wobei ich immer das noch nicht mit diesem Boost verstanden habe. Mit dem Boost? Du musst rechts gedrückt halten und dann nach vorne, den linken. Ja, ja, aber da passiert nichts. Da kriege ich keinen Geschwindigkeits-Boost. Und den rechten? Hm. Aber es hat doch vorhin funktioniert, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also, ich drücke zwar nach vorne, aber so wirklich... Ja, weiß ich nicht. ...ein Boost passiert da nicht. Oh, nö! Das mir nicht gerade einfach mal abgeschmiert. So, absolut no need zum abschmieren, aber gut. Sorry, wenn ich nicht so viel rede, nur ich bin gerade ganz kurz am Handy. Ich muss fahren. Das ist keine Ausrede. Man kann auch fahren und reden. Na okay, man kann auch am Handy was machen und reden. Ja, das stimmt. Hm, ja. Aber ich muss jetzt fahren. Aber ich schreibe gerade mit einer Zuschauerin, die den Stream nicht richtig zum Laufen bekommt. Und da möchte ich doch gerne versuchen zu helfen. Ja, gut. Weil ich bin ja nett, oder? Dann fahre ich einfach mal ein bisschen weiter. Möchtest du denn noch einen Keks? Ähm, nein, danke. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ich würde zu einem Stückchen irgendwie irgendwas meine Kehle zu befolgen, so, ja, ich habe jetzt noch nichts mehr zu trinken drin. Hey, hey. Denn sonst muss ich dauernd husten. Ja, ich habe hier nichts. Da unten steht noch was, glaube ich. Hier oben? Ja, ich weiß. Da steht das hier. Möchtest du das haben? Nein, hier unten. Ja, ich habe es gerade da oben gesagt. Du bringst mich durcheinander, bro. Kann gar nichts ein. Okay, ich bin mal ganz kurz. Meins? Meins? Keine Ahnung. Ach, shit. Also wenn, äh... Nee, es ist an, okay. Also ich gehe da mal stark von aus, das ist anders, oder? Ja, willst du außenrum springen eben schnell? Okay, so geht auch. Wir haben ja nur noch das andere, was wir mischen wollten. Oh. Das ist schlecht. Ja, dann tut mir sehr leid, wenn ich huste, aber dann geht das jetzt gerade nicht anders. Ich kann das hinter dir noch aufmachen. Ja gut, von mir aus. Ach, weil ich bin ja nett. Okay, Matsch, ich sollte mir erstmal wieder die Kollegen hier in den Ohren stöpeln. So. Ja, und das ist etwas... Wolltest du uns etwas mitteilen? Ja, das steht jetzt hinter dir. Hervorragend. Das ist all inclusive hier. Nur euch kann ich leider nichts zu trinken machen. So. Aber machst du doch gut. Jo, die Strecke ist ja auch recht eigentlich easy. Hab ich jetzt die schweren gehabt oder was? Nein. So ganz sneaky mir die schweren gegeben. Was? Ich sage, so ganz sneaky hast du mir dann die schweren gegeben. Sollen wir was upgraden? Ja, haben wir denn was? Weiß ich nicht. Das hat ein bisschen was vom Drachen, ne? So. Okay. Wer hat denn das gedacht? Wer hätte es gedacht? Das Kartonmännchen hat gewonnen. Er kann auch immer nur den Einspruch sagen. Sind da überhaupt Zuschauer? Okay. Sieht so ein bisschen so aus wie... Nehmen uns Sandbrück. Na ja. Wieso sind wir jetzt Elite-Klasse, bitte? Weil wir jetzt die ersten fertig haben. Hä? Hä? Semipro? Habe ich jetzt nicht verstanden. Guck, das hier haben wir. Ach so, Amateur-Klasse. Das ist die Amateur-Klasse. Ja. Ja, die haben wir doch jetzt alle. Das ist Semipro-Klasse. Ja, dann müssen wir jetzt Semipro-Klasse machen, oder? Ja. Oh, das sieht schwer aus. Das machst du. Also, ähm... Toll. Ja gut, wenn ich es nicht hinkriege, dann musst du es weitermachen. Los? Wenn ich es nicht hinkriege, dann musst du es weitermachen. Ja, gut. Au. Ey. Ich stupse ihn nur an. Ja. Und zeige ihm was. Ja. Ich kann das aber da... Aua. Da kannst du es nicht sehen. Da kann ich es nicht sehen, nein. Nein, siehst du hier. Guck. Da... Siehst du? Aha. Okay, sehe ich. Das sieht gut nicht. Hm. Hm. Ja, ich glaube, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen schöner machen können, ne? Ja, aber ist alles besser als der zweite Teil, der ja ziemlich doll am, ähm, sag mal, am Lacken war, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Ich glaube, wir haben den nur einmal kurz gespielt, ne? Der war extrem am Lacken, war der. Vor allem war die HD-Quali auch nicht so wie bei dem jetzt. Das, äh... Ach ja, das war so eine etwas abgeänderte Strecke hier, ne? Ich weiß es nicht genau. Meint schon. Achso, die hast du gerade schon gefahren, dann ist es eine leicht abgeänderte, ja. Das stimmt dann ja auch. Hm. Ja, du hast recht, irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht ist der Boost auch einfach zu... Aber dann... Zu gering, dass du es mitkriegst. Tja, ich weiß es nicht. Also ich meine, da tut sich ja schon was. Ach, ich bin da... Da war die Strecke, wo du... Ja, ja, das hab ich letzt... Äh, hab ich gerade auch schon gespielt. Ja. Aber ist es jetzt anders als gerade? Ich weiß es nicht. Das ist anders hier. Ja? Ja. Upsi. Ja, genau, die hab ich gespielt. Okay. Da hab ich das gar nicht in dem ersten, sagen wir mal, Cup gespielt, sondern ich hab das hier gespielt. Okay. Äh, warum hat der mich jetzt da überholt? Wie hat der das gemacht? Das weiß ich nicht. Ein hüpfender Eins. Ja. Und jetzt bist du wieder... Ah ja, das ist jetzt spiegelverkehrt. Ja, genau. Jetzt bist du wieder erster. Das ist die. Ja, ja, du bist wieder erster. So ist das. Uh, boah, das macht so'n Spaß. Hätte ich nicht gedacht, als du damit ankamst, dass das doch so... Tja. ...spaß macht. Döp, 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 döp. Und ich hab mich heute so drauf gefreut, dass ich mich endlich wieder... ...mit Nils richtig hören kann. Tja. Äh, ich wusste jetzt nicht, wo ich hin muss. Vielleicht ist ja auch bei dem... ...bei dem... ...bei dem Lüfter irgendwie, äh... ...da ein Defekt gewesen, dass der so laut war. Kann ja auch sein, vielleicht, weiß nicht. Nein, du bestellst den jetzt nicht nochmal. Okay. Aber eigentlich müsste so'n Videomischer nicht so laut sein. Ist der so laut gewesen wie der Bildschirm gestern? Äh, ja. Also hat man den einfach nur das Mechanische so gehört, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Oder hat's einfach so gebrummt? Äh... Hat's geklackert oder gebrummt? Äh... Ja, geklackert. Oh. Okay. Ja, aber kann ja sein, weil ich hab ja... ...ich versucht ein bisschen Geld zu sparen und das war dann nur B-Stock. Also kein... ...kein... ...richtig neu. Hm. Ne, kann ja auch sein. Ja, alles ist möglich. Ist halt wieder ärgerlich. Ja. Weißt du, so andere, ne, wenn man sich das so anguckt. Also ich will niemanden fronten oder so, ne? Ähm... Aber wenn du dann so siehst, so, okay. Die sitzen da einfach und haben halt einfach nur... Also ich meine, klar, die meisten sitzen einfach vorm PC und können das ganz einfach machen, ne? Aber wenn du dir den Stream anguckst und dann halt so merkst, okay, so... ...hellste Kerze auf die Torte ist das jetzt nicht so, aber selbst die kriegen das hin, ne? Und, äh... Oh. Ciao. Das war so richtig Karma, weil ich jetzt sowas Böses gesagt hab. Na, und wir wuseln hier so über lange mit rum. Ich meine, klar, wir könnten es auch einfach machen, können uns auch einfach vorm PC hocken. Aber... Aber wir sind faul und bequem. Ja, wir wollen es halt einfach bequem haben und... Ja, das ist umständlicher. Vor allen Dingen, das kann man ja auch einfach mal so erzählen. Vielleicht ist das ja auch ganz interessant. Wir spielen das Ganze ja, also jetzt zum Beispiel unter anderem, spielen wir das Ganze ja in 4K, ne? Über die PS4 Pro. Und streamen tun wir es halt nur in... ...in Full HD, ne? Also insofern ist da allein schon die, die, ähm, ja, die technische Hürde zu überwinden, wie Christus jetzt in Echtzeit von 4K nach Full HD, gleichzeitig aber auf dem Fernseher in 4K und in Full HD auf dem Computer, ne? Und das sind halt so Dinge, die braucht man eigentlich nicht so berücksichtigen, weil man es ja direkt am PC macht, ne? Ja, oder wenn man es einfach runter... Runterstellt direkt, ne? Ja, ist halt alles nicht so einfach, ne? Aber dann freut man sich... Da bist du halt manchmal echt, äh, pff, ja. Freut man sich umso mehr, wenn es dann mal funktioniert. Ja. Ich meine, wir haben schon echt eine Menge gelernt, so was das angeht, ne? Das stimmt. Von da an. Ja, es ist halt... ...schwierig. Es ist schwierig, ne? Upsi. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen. Ne? Also im Prinzip ist... Letzte Runde. Ne? Das, was wir bisher hatten mit einem... Weißt du, das ist ja... Das Problem ist ja, das ist ja noch nicht mal groß irgendwelche Raketenwissenschaften. Du willst ja einfach nur einen blöden Kopfhörerausgang haben. Oder im Zweifelsfall vielleicht, äh, weiß ich nicht, noch irgendeinen popeligen extra Eingang, Ausgang, keine Ahnung, der jetzt schlussendlich den Braten nicht fett macht. Ähm, und noch wunderbar ins Gehäuse reinpassen würde. Ne? Und den gibt's insofern einfach nicht. Und dass so ein kleines, einfaches Popel-Dingen jetzt die ganze Situation hier, äh, mit reinreißt, ist schon... Ich dachte, ich schaff's, sorry. Ja, ist halt, äh, nervig in dem Sinne, ne? Ja, aber was will man machen, ne? Es ist halt, äh, so wie es ist. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie was wir da machen. Und schauen wir mal, wie's, wie's so weitergeht. Ja, aber wie gesagt, wir sind stetig dabei, uns weiterzubilden, uns zu verbessern. Und vielleicht können wir ja auch irgendwann mal, hab ich, glaub ich, ja schon mal vorgeschlagen, so einen kleinen Technik-Talk machen, wo wir dann gerne auch eure Fragen beantworten können, was ihr so wissen wollt, was man machen kann, wo die beste Qualität rauszuholen ist, etc., blabla. Ähm, da, denk ich mal, sind wir schon mittlerweile recht firm drin. Und, ähm, ja, also nicht nur, was Technik angeht, sondern auch jetzt, was, weiß nicht, Komprimierung angeht, oder, äh, aha, da gibt's jetzt eine Frage, ähm, ne, die Capture-Card ist es nicht, die funktioniert hier. Das Problem ist einfach, ähm, dass unser Videomischer, den wir benutzen, also, um nochmal kurz auszuholen, ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst, wir zocken jetzt nicht vom PC oder so, sondern wir gammeln hier schön auf der Couch im Wohnzimmer, zocken schön auf dem Fernseher und hinten in der Ecke steht im Prinzip unser PC, der dann das Ganze streamt. So, so, Fernseher gut. Das Problem ist jetzt, unser Mischer hat keinen Kopfhörerausgang und egal, was wir da machen, oder ich, ja, in dem Fall, was ich da ja mache, du hörst dich über den Kopfhörerausgang vom PC nicht so dolle oder, äh, ich weiß nicht, was, was hab ich noch alles ausprobiert? Alles? Ja, also ich hab im Prinzip, wir haben einfach das Problem, dass unser Mischer keinen Kopfhörerausgang hat, äh, wo man sich, wo man, also den, 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 den Spielton und uns dann, was wir jetzt hier so erzählen, Hallo auch von mir, Toko Streaming, schön, dass du da bist. Ja, da rede ich doch die ganze Zeit schon als Antwort. Ja, ich wollte nur ein Hallo sagen. Achso, okay. Äh, ja. Ja, und, ähm, das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt quasi, ähm, versuche, über den, ja, ich kann ja ein bisschen quasseln noch, also wenn ich jetzt quasi versuche, unseren fertig gemischten Ton, ähm, über einen Kopfhörerausgang vom PC zu hören, hört der sich, also, Spielatmos super, aber unser Gesprochenes ist einfach total komisch, irgendwie hallig und, äh, weiß nicht, so ganz qualitativ minderwertig. Ähm, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt, wie bitte? Ich muss nur mal kurz rüber gehen. Ja, alles, alles cool. So, ich bin mal ganz kurz so drei Minütchen weg. Dann mach aber dein Mikro aus. Ja. Ja. Du musst mich nur gleich dran erinnern, dass ich es wieder anmache. Ja, alles gut. Auf jeden Fall, wenn, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Mischpult für den, für den Ton, wenn ich da jetzt quasi versuche, den Ton abzugreifen, über, über USB wird das ja bei uns an PC angeschlossen, ähm, wenn ich da versuche, den Ton abzugreifen, dann hört er sich auch total Murkse an, also, sprich, Spielatmo wieder super, aber unser Gesprochenes ist halt Murkse. Und, ähm, wenn ich aber direkt den Kopfhörer ans Mischpult anschließe, ist alles super, aber das hilft dir ja nix, weil du ja den Spielton da nicht, äh, hörst. Und die einzige Geschichte, die bisher immer super funktioniert hat, ist, du hast den, den, den Mischer mit Bild und Ton rein vom Spiel und uns dann als zusätzliche Mikrofone angeschlossen, aber du hast da, wie gesagt, den Kopfhörer ausgängig. Heißt, ich hab dann einfach mal zum Testen, ob's, ob's funktioniert, ob's sich gut anhört, hab ich mal einen kleinen Zusatzbildschirm dran gemacht und der hatte einen Kopfhörer ausgegangen, das funktionierte da auch super, aber, ähm, da dauernd immer ein zweites Bildschirm dranhängen, muss ja nicht sein, wenn ich ja im Prinzip das, was ich, äh, höre und sehe, ja über den Fernseher kriege. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum schließt das Ding nicht an den Fernseher an? Ja, da kann ich aber zu sagen, hilft mir ja nix, weil ich da nicht den Mischer angeschlossen hab, sondern unsere Konsole über einen HDMI-Splitter. Dementsprechend krieg ich den Ton, was wir erzählen, eigentlich nur über den Mischer oder über den PC. Ja, und da bisher nur eins von beiden, aber nur mit Zusatzbildschirm funktioniert hat, ist das ein bisschen kompliziert. Und, ähm, am Anfang hab ich dann ja schon erzählt, oder haben wir ja erzählt, dass wir jetzt diverse andere Mischer ausprobiert haben, die auch einen Kopfhörerausgang haben. Und das Lustige ist, dass mit dem Ton, ne, jetzt alles super funktioniert, ne, Spieltonklasse, unsere, unser Geblubber ist auch alles toll, kann man alles prima hören, aber jetzt ist die Bildqualität wieder am Waxe. Und, ähm, dementsprechend hast du jetzt zwar tollen Ton, aber ein schlechtes Bild. Und vorher hattest du ein super Bild und einen schlechten Ton. Also konntest du nicht abhören. Und, ähm, ja, da freut man sich im Prinzip, weil bei dem einen Mischer, äh, war der Lüfter einfach mega laut, ähm, so dass das unbrauchbar war jetzt für eine ruhige Umgebung, wo wir dann, also sprich Wohnzimmer, wo man dann eigentlich nur unser Geblubber dann aufnehmen will, weil wir den Fernsehton ja abgedreht haben. Und der Spieleton geht ja direkt in den Mischer. Und, ähm, der andere Mischer, der halt jetzt ein bisschen, ein bisschen günstiger war auch, hab ich ja gesagt, da war die Bildqualität nicht so toll. Ja, also drehen wir uns im Prinzip jetzt wieder im Kreis, weil eigentlich, ähm, sind wir jetzt wieder am Anfang. Und, ähm, ja, müssen, müssen wir gucken, was wir da machen. Ähm, wird wohl alles drauf hinauslaufen, dass wir da ein Bildschirm dran klemmen. Wobei das ja vielleicht nicht unbedingt so tragisch ist, weil da können wir zumindest sehen, ob auch alles ordentlich rausgeht. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man das nicht machen müsste, weil du hast einfach dann so viel Zeug hier rumstehen, ähm, auf der Kommode und das muss dann einfach nicht sein, ne. Das ist dann ein bisschen schwierig, denn, äh, ja, man will es ja eigentlich so einfach wie möglich halten und natürlich, klar, die beste Bild- und Tonqualität daraus kriegen, aber auch nicht um jeden Preis. Und, äh, ja, muss man mal gucken. Aber schlussendlich, ähm, wie es bisher jetzt so aussieht, also stand jetzt ganz aktuell um, was haben wir jetzt, 19.31 Uhr, habe ich auch nicht mehr so viel Lust, da jetzt tausend Sachen auszuprobieren. Dann stelle ich mir da einfach wirklich lieber, ähm, stelle ich mir lieber ein Bildschirm dahin. Ja, ist, ne, genau richtig, überkomplex die Kiste, weil normalerweise steckst du rein, Kopfhörer rein, am PC und fertig ist, ne. Aber, ich weiß nicht, entweder hat der ein Eigenleben oder so, ne, also, er heißt auf jeden Fall nicht Nummer 5, ne. Der lebt also auf jeden Fall eigentlich ja nicht. Aber es ist, pff, ich habe keine Ahnung. Vielleicht müsste man mal ne, 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 zusätzliche Soundkarte, irgendwie gibt es ja, glaube ich, auch, einbauen und gucken, ob darüber der Ton besser irgendwie ist, dass die, dass die auf dem Mainboard befindliche Soundkarte irgendwie Murkse ist. Ich weiß es nicht. Aber das ist dann so ein, ich sage jetzt mal, Langzeitprojekt. Und, ähm, ja, das, das fixt einen dann schon immer so ein bisschen an und man will ja dann schon alles, alles bequem haben, ne. Und wenn man dann jetzt wieder so einen kleinen Rückschlag erlitten hat, ist das natürlich ein bisschen doof. Aber man lernt ja insofern da auch raus. Und, ähm, in dem Fall, äh, die sind Klinke. Also wir haben ausprobiert, direkt mit Klinke aus dem Kopfhörerausgang vom Mainboard und auch, wie gesagt, per USB, äh, Audiointerface da dann den Klinken-Kopfhörerausgang benutzen. Und wie gesagt, das Problem ist da, der Spieleton super, aber, äh, die Sprache ist total Müll. Ne, also ihr hört das ja alle super jetzt, gehe ich mal davon aus, was wir so erzählen. Aber, äh, wir hören uns da entsprechend nicht so super. Also man kann sich dann zwar hören, aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt gerne, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden, ähm, meine eigenen Stimme oder Lose-Stimme dann lauschen wollen würde, weil das einfach mega hallig und so, so, so weit weg und irgendwie so komisch klingt. Ähm, aber an sich, wenn du dann, weiß ich nicht, eine Musikdatei abspielst oder irgendwie dir ein YouTube-Video anguckst, ist der Ton wieder, wieder gut. Ne, also, pff, ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Ja, das könnte man theoretisch auch noch probieren. Aber wie gesagt, das Problem ist ja, der, der, der Mischer, wo das, wo das Spiel reingeht, der hat keinen Ausgang, also keinen Kopfhörer-Ausgang, das ist ja das Problem, was wir haben. Das wäre die einfachste Sache, wenn man jetzt sagt, komm, wir gehen einfach über den, was? Über den, äh, über den, den, den Mischer raus. Aber der hat ja keinen, keinen Audio-Ausgang. Der hat nur zwei Kopfhörer-Eingänge, äh, zwei Mikrofoneingänge. Ja, ach, ich habe jetzt im Prinzip, glaube ich, auch alles, alles soweit erläutert, ne? Und, äh, ich bin so in der Erkenntnis jetzt für dich vielleicht auch, dass im Zweifelsfall, weil ich auch, äh, schon gesagt hatte gerade jetzt, dass ich auch nicht wirklich Bock habe, da jetzt wieder tausend Sachen auszuprobieren, dass wir uns einfach dann im Bildschirm da hinstellen, wo Bild und Ton, ähm, reingeht, inklusive unserem Geblubber, und dann müssen wir da halt einen Kopfhörer, äh, hier den Kopfhörer-Ausgang anschließen, dass wir uns dann gut hören können. Dann hast du halt zwar einen zusätzlichen Bildschirm da stehen, aber dann funktioniert das wenigstens. Und ist auf jeden Fall kostengünstiger, als jetzt, äh, das ganze Gemurkse da weiter dran zu frickeln. Müssen wir halt so machen dann. Hatten wir die Strecke nicht gerade schon? Aber jetzt mal noch eine andere Frage. an euch da draußen. Wie macht ihr das denn? Äh, stöpselt ihr das Ganze einfach nur mit einer Capture-Karte, ich weiß jetzt nicht, ob direkt verbaut, per PCI Express oder per USB, äh, stöpselt ihr einfach alles, äh, da dran? Sprich, eine Capture-Karte für, für jetzt irgendeine Konsole oder so, wenn ihr jetzt nicht gerade über den PC spielt und ein, und ein USB-Mikro und das war's dann? Und, und Kopfhörer dann, äh, einfach in normalen Kopfhörer-Ausgang vom Mainboard? Oder wie, wie macht ihr das? Weil insofern machen wir ja eigentlich nichts anderes, nur dass diese, ja ne, wir müssen runterbrechen, wir gehen mit einer Capture-Karte in den PC rein, äh, und da geht alles rein. Also müsste man eigentlich alles über, äh, übern, übern Computer abhören können, ne? Beziehungsweise, wir, wir streamen ja mit, mit OBS. Da ist eigentlich auch, ähm, eigentlich nur, die, äh, sag mal, die, äh, hier, Spiele-Ton, was von der Capture-Karte kommt, auf Monitoring gestellt und das, äh, also das, das Mischpult als USB, äh, Interface. Und ansonsten haben wir da alles auf, auf ausgestellt, also, eigentlich müsste das funktionieren, aber, gut. Ich mein, wie gesagt, ist jetzt nicht tragisch und, äh, dann kann man das theoretisch auch so machen. Ja. Und da ich jetzt gerade so in Redelaune bin, kann ich euch mal kurz sagen, dass die Musik, die ihr gerade hört, dass die aus Episode 1 ist, und zwar als die, weiß nicht, irgendwas mit der Druiden-Armee, glaube ich, war das. Ja, müsste. Ja. Ja, aber, äh, das Musikstück ist, glaube ich, dann irgendwo in der Richtung, und wo die Druiden-Armee da irgendwas macht, dieser Richtung End, Endschlacht oder so. Ja. Tja, könnten wir eigentlich mal wieder sehen, fänden wir gerade sagen. Ja, wobei das irgendwie aber jetzt eine geschnittene Fassung ist, weil, das ist, ne, das, also, das ist, glaube ich, ein geschnittenes Musikstück. Ja, AV-Receiver haben wir jetzt zwar hier nicht, aber so ungefähr ist ja der Aufbau bei uns auch. Also ist ja bei dir jetzt, ne? Das ist ja dann im Prinzip fast genauso, außer dass wir statt AV-Receiver haben wir so einen kleinen Mischer. Ja, ja, gut, Laptop haben wir jetzt, wir haben jetzt einen Desktop-PC. Der steht da in der Ecke, aber, ansonsten, äh, im Prinzip eigentlich alles das Gleiche. Achso, äh, ich hab mal gefragt, hast du ja mitgekriegt, wie, 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 wie die fleißigen Zuschauerinnen und Zuschauer das hier machen? Und, ähm, bisher sieht es so aus, dass von der Konsole zum AV-Receiver, zur Capture-Card zum Laptop mit USB-Mig. Ne? Und im Prinzip ist das bis auf den Mischer eigentlich so ziemlich das Gleiche, was wir ja auch machen. Ne? Hm. Äh, Software ist dann auch OBS, oder machst du das mit einer anderen? Aber ich denke mal, OBS ist so, dass du weit verbreitest, oder? Ne? Oder du hattest doch, du hast doch auch mal irgendein anderes Ding rausgesucht, ne? Ich hätte dich jetzt nicht ablenken sollen, oder? Du musst dann, wenn, glaube ich, nach oben drücken. Achso. Achso. Ja. Ja, also insofern, äh... Boah, wir müssen uns dringend mal einen cooleren Klingelton da überlegen. Aber war... Hat anscheinend schon wieder aufgelegt. Ja. Ja, also nochmal kurz die Folge, was hat... Du hattest doch auch irgendwas anderes rausgesucht, ne? Ja, ich... Ja, alles gut. Ja, da sagst du was. Also, ähm... Achso, dass die, dass die Switch eigene Software nicht so super ist. Ne? Also, bevor wir hier, sagen wir mal, groß, äh, gestartet sind mit dem Streaming, haben wir uns natürlich auch diverse Software-Möglichkeiten angeguckt. Ja, also wir haben uns ja ein paar Jahre, haben wir überhaupt überlegt, wie wir das eigentlich machen könnten. Ja, also wir haben uns da etwas gründlicher vorbereitet, ne? Schön mit einem Plan, welche Spiele und so weiter und blablabla, aber, ähm, softwaremäßig waren wir eigentlich relativ zügig bei OBS eigentlich, ne? Ich hätte auch eigentlich gesagt, ich hab mir gedacht, dass ich es wirklich einfach mal machen. Weil es war immer nur so ein, irgendwie, ja, wenn wir einfach mal vielleicht irgendwie, wie wir das wieder schieben, oder so, äh, wow, wow, komm, vielleicht mal, zack, können wir vielleicht mal machen. Don't quazzle und drive. Oder wie hieß das noch beim, beim Bus? Nicht mit dem Fahrer sprechen, ne? Nein, erzähl euch. Erzähl euch, ich seh noch kein gelbes Kästchen, also hast du noch ein bisschen Puffer. Uuuuh, da war grad einer. Nein! Der ist aber, boah, wie zieht der an dir vorbei? Ja, aber jetzt mal ran hier. Ja, toll. Also, das hat ja jetzt mal nicht so gut nach dem, ne? Ja, so jetzt, Turbo Boost, Turbo Boost, Turbo Boost, Turbo Boost, Turbo Boost, Turbo Boost, sehr gut. Ja, toll. Turbo Boost und nochmal Turbo Boost. Oh, du hast es geschafft! Sehr gut, jetzt kann dich nichts mehr auffallen. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Oh, also angeblich hört man dich gerade kaum. Mich? Ja. Hört das Mikro an? Oh. Du solltest mich gerade erinnern, dass ich das Mikro anmache. Ja, sorry. Du hattest nur einen Job, du hattest nur einen Job. Nein, Spaß, ich hätte auch selber dran denken können. Vor allem, als ich hier die Tür aufgemacht habe, habe ich noch gedacht, du musst jetzt noch gleich das Mikro wieder anmachen, weil wir hatten vorher andere, so kleine Rode-Dinger, und die waren halt schon an. Ah, du machst jetzt Product Placement? Mhm. Ja, wenn er sich damit auskennt, was man für Equipment hat, dann... Ah. Also ich sag mal so, wir hatten kleinere Dinger, die ich noch über hatte. Ja, kleinere Dinger. Die ich noch über hatte. Die waren jetzt aber nicht unbedingt für Sprache. Ja. Und dann haben wir geupgraded. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Und ich denke mal, jetzt hört man uns eigentlich ziemlich gut. Ja. So ist es. Ja. Ach. Weißt du? Ich hab's geschafft. Ja. Ja? Ja. So. Weiter geht's. Wir haben jetzt zumindest sogar so weit geupgraded, dass wir sogar orangene Überzieher haben. Die einfach keiner sieht. Top-Schütze. Ja, ist doch egal, aber wir haben sie. Und gelbe Kabel. Also ISL-Kabel. Ja. Ja, ziemlich cool. Sieht einfach keiner. Ja, aber ich? Vor allem, ich mach jedes Mal einfach beim Stream unser Nidus Arcade-Schild an, weißt du so. Ja. Einfach das viele. Also Rode ist auf jeden Fall gut. Da kann man echt nichts gegen sagen. Also wir haben den... Ja, ich muss kurz nachdenken, was das war. Könntest du jetzt mal wieder spielen, oder soll ich wieder? Ja, nee. Ich glaub nur die Mikros. Was von Rode war? Ja. Aber den Kopfhörer-Verstärker können wir von Behringer empfehlen. Das hilft uns nur nicht, weil der Ton ja sowieso dann kacke ist. Also den wir bisher aus dem PC kriegen, aber... Da ist da ein Alien wieder. Wir kriegen es hin. Ja, ohne Scheiß, das sieht... Nein, das ist kein Bier, ein halbes Bier. Das sieht doch fast aus wie aus Alien, oder? Hä? Was hast du jetzt gerade gesagt? Mit dem Bier? Gut, dass du es nicht mitgekriegt hast. Aha. Also krieg ich ein halbes Bier. Also nur an die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, wenn der Nils ein böses Wort sagt, krieg ich immer ein Bier von ihm. Bisher habe ich noch nichts gesehen. Also im Kasten ist es bestimmt schon. Ne? Wäre auch ziemlich peinlich, wenn du hier lallen würdest, ne? Du meinst, ich trinke die alle auf einmal? Ich kann zwar ganz gut was vertragen, aber man muss es nicht aus... Wenn du dann so einen langen, wie nennt sich das, Longplay-Stream machen und du dann ja durstig bist und zwischendurch mal einen Schluck nimmst, dann kann das sein, dass bei so vielen Bieren... Ja, dann mache ich alle 20 Sekunden Pipi-Pause, die ich dir ja schon ausgeben muss. Da kann es schon mal ein bisschen länger dann sein. Ja. Verstecke ich extra das Wasser, gibt es da nur das Bier, was ich dir dann schulde? Nee. Mhm. Wenn, dann trinkt man Bier, weil es schmeckt. Genau. Und nicht, weil man muss. Aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus, wobei ich war eigentlich nie so derjenige. Reparatur. Ja. Ich war so nie diese Person, die jetzt unbedingt... Weil man kann schwer steuern, ne? Wenn man repariert. Ähm, ich weiß nicht. Ich kann nicht reparieren. Aha, okay. Funktioniert, hat er gesagt. Ähm, also unsere Mikros brauchen keine Phantomspeisung, deshalb haben wir die auch eigentlich nicht aktiviert. Aber, ähm... Na, ich sag doch, da kennt sich jemand aus. Ja. Also unser... Das ist sehr cool, um jemanden zu sprechen, der sich da ein bisschen auskennt. Ja, also unser Mischpult kann das zwar auch, aber brauchen wir halt nicht, weil das dynamische Mikros sind. Und die brauchen das nicht. Ähm, ist insofern vielleicht doch ganz praktisch, weil... Wann bin ich Elfter? Oh. Ei. Ja, das hab ich gesehen, aber irgendwie... Ich komm gerade so, oh, das wird jetzt ein bisschen schwarz. Ja, ich hab's auch gesehen, aber... Du bist übrigens Letzter. Ich weiß. Nur so für den Ansporn jetzt. Toll. Ja. Also, im Prinzip, das einzige Problem, was wir haben, ist, dass unser bisheriger Bildmischer, also Bild- und Tonmischer in dem Fall, dass der einfach keinen Kopfhörer-Ausgang hat. Und, ähm, ja. Das halt schon echt ätzend ist. Ich glaub, das musst du gleich mal spielen. Ich glaub, wir müssen noch ein bisschen upgraden gleich. Also, wie gesagt, das Problem ist einfach... Oh, ignoriert mich einfach. Ja, ich hab grad wieder eine Chat-Nachricht, die ich beantworten muss. Ja, ich soll doch den Chat machen. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, Moment. Dann überrasche ich dich gleich einfach damit. Ratter, 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 ja. Ähm, also im Prinzip haben wir echt nur das Problem, dass wir da keinen Kopfhörer-Ausgang haben, beziehungsweise wir aus dem PC keinen, ich sag jetzt mal, keine brauchbaren Stimmen rauskriegen. Ihr ja aber lustigerweise alles super hört, ne? Also, wir können jetzt hier stundenlang erzählen, wir hören uns zwar nicht, aber ihr hört uns immer super. Nein, dagegen. Und das hat wehgetan. Nein, alles gut, ich kann das ja machen. Aber die Lu hier, die muss mal gerade ausgucken auf die Straße. Ja, ich guck ja nur, das hat gerade wieder jemand angerufen, das Telefon hat gerade wieder geklingelt, da wollte ich gucken. Ja, weiß nicht. Jetzt bin ich wieder zehnter. Ich kann ja mal gucken, ob ich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt habe. Dann bin ich mal kurz eben weg und die Lu darf kurz was erzählen. Jetzt muss ich wirklich Multitasking hier machen? Ja, du kannst das doch. So, ich bin gleich wieder da. Und ich lasse sogar mein Mikro an. Okay. Ja, was soll ich Ihnen jetzt erzählen? Also, wie ich gerade schon sagte, ich finde das manchmal sehr bemerkenswert, wenn Leute alleine streamen, dass sie dann so viel, wow, ich bin echt Zehnter geworden. Standardsatz von mir, ne? Dieses mit sich selber reden, das ist schon eine Sache, da muss man erst mal reinkommen. Da haben wir einen Vorteil, ne? Wow, die Reaktion. Ich weiß von nichts. Und es hat sich fast auf die Kekse gesetzt. Oh nein. So. Bitte schön. Also keine Nachricht, aber keine Mahnung, keine Post, also keine Ahnung, wer das war. Internet wird auch nicht abgestellt. Internet ist auch noch da. Ja. Also alles super. Was soll ich jetzt hier machen? Ich denke mal einen Podracer fahren, aber noch nicht auf Start drücken. Ja. Okay. Dann fahren wir doch mal. Weil ich dachte, wir könnten vielleicht was upgraden, weil ich denke mal, das wird jetzt genauso schlecht sein, wie ich. Ach, ich weiß es. Ach, das ist die gleiche. Ach so. Ja, Moment. Wenn der nicht schlecht ist, wie ich, dann ist es peinlich für mich. So wie bei Mario Kart Stream. Also dann kriege ich dann ein Bier. Mal gucken. Jetzt musst du mal den Chat machen. Ich glaube, da ist wieder gerade eine Nachricht eingetrudelt. Ja, boah, da sagst du was. Ich hatte früher mehr Schweinchen. Das geht auch. Da kannst du auch ganz gut mit dir selber reden. Nein. Okay, das war jetzt mal ein Fehler. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, aber da bin ich auch vorhin gegen geramst. Echt? Das ist nicht gut. Aber wir kriegen das hin. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man mit sich selber redet, auch so im normalen Alltag, dann kann es sein, dass man eine schlauere Person ist als Leute, die nicht mit sich selber reden. Ey, was soll der? Wow, selbst das habe ich nicht hingekriegt. Ich wurde angerempelt hier. Ich wollte eigentlich wieder einen... Ganz böse angerempelt. Ich wollte eigentlich wieder einen cleveren Kommentar ablassen, aber ich sollte jetzt lieber ans Fahren hier denken. Ähm, sind wir eigentlich übrigens, als wir das schon mal gespielt haben, so weit gewesen wie jetzt? Ähm, ich weiß nicht. Das ist immer schwierig bei so Rennspielen. Es ist immer schwer, gleichzeitig zu reden, also nachzudenken und den Chat zu lesen. Und wenn das Telefon klingelt, zu gucken, wer anruft. Ist ja ein Fall für Multitasking, ne? Ha, siehst du? Ja, ich habe es mal irgendwo, habe ich es gelesen, weil ich rede auch dauernd mit mir selber und dann haben meine Eltern immer früher gesagt so, ja, man weiß immer nicht, ob du mit uns redest oder ob du mit dir redest. Und dann habe ich es mal irgendwo gelesen. Du redest auch mit dir selbst, ne? Klar. Ich könnte dir jetzt wieder einen Spruch sagen, aber den lasse ich lieber, weil ich sonst wieder Ärger kriege. Echt? Ja. Das interessiert es mich aber. Ein Genie kann das ja. Ach so. Na, immer Spaß. Na, das hilft ganz gut, wenn ich da, wenn ich vor dem ganzen Krempel hier sitze und wieder keine Ahnung habe, was ich da jetzt noch ausprobieren soll, damit es funktioniert. Dann rekapitule ich dir immer so ein bisschen so, was hast du jetzt gemacht? Du hast das gemacht und Dings und hast du das gefummelt? Und ich bin der letzten Runde und Zehnter und irgendwie riecht es komisch draußen. Ich mach mal das Fenster zu. Und ja. Aber ich wusste, interessanterweise wusste ich nicht, dass Leute, die mit sich selber reden, irgendwie schlauer sein sollen. Ich hab das mal irgendwo, hab ich das gelesen. Also es war jetzt nicht irgendeine komische Seite, sondern es war schon was, wo man sagen kann, okay. Eine seriöse Quelle. Ja, eine seriöse Quelle sein. Ich rede einfach mit allen Dingen in der Wohnung. Ja, also manchmal schon. Ah, ich glaub, wir müssen da was upgraden. Mhm. Da kommst du, glaub ich... War das nicht auch beim ersten Mal so, dass wir bei irgendeiner Strecke, äh, also bis zu irgendeiner Strecke ganz gut mithalten konnten und dann haben die uns gnadenlos abgehängt? Ja. Oder ich stelle mich einfach blöd an. Ja, die sind einfach schneller, aber wir müssen einfach mehr... Ich weiß immer noch nicht genau, wie das mit diesem Boost hier funktionieren soll. Nach vorne drücken. Ja, ich drücke ja nach vorne, aber es passiert nichts. Die ist doch jetzt schneller als die. Sicher? Ja. Oh. Ich mein schon. Hm. Okay, ich google nochmal. So, hier Upgrades. Was, nehmen wir Beschleunigung? Nee, ich würde Tempo nehmen, weil, guck mal, Tempo ist noch recht teuer. Achso, Tempo ist ja... Das ist auch recht teuer. Wie kann ich das denn machen hier? Ich komm da nicht hin. Ja, du musst da drauf drücken. Auf Tempo. Und wo genau? Auf Tempo. Ja, wo denn? Auf Tempo. In der Mitte. Da. Ah. Wie ich immer so... Oh, cool. Mega Tempo-Schub. Ja, ich glaub, das ist zu teuer, oder? Ähm... Ähm... Da... Guckst du? Ähm... Sollen wir uns das gönnen? Ja, gut. Okay, wir haben ja jetzt ein bisschen was drin. Also sollen wir uns das gönnen? Okay. Sicher? Ja, komm. Machen wir jetzt einen Aufbau. Star Wars Racer. Haben wir das jetzt schon abgegradet? Ja, ich mein schon. Ja, okay. Dann... Nein, ich will nicht in die blöde Werkstatt. So. Booster-Button. Okay. Wir sind nicht die einzigen, die den gesucht haben. Okay. Achso, ich muss ja da drücken. Also den linken Analog Stick hochdrücken. Den was? Den rechten? Also hier steht's jetzt aber für die... Xbox 360. Ähm... Hä? Star Wars Racer gibt's doch für die Xbox 360 gar nicht. Steht aber hier. Echt? Ja. Den linken Analog Stick hochdrücken und dann X drücken. Ach, und dann X drücken! Moment. Ja, toll. Das bringt's. Aber es gibt das nicht für die 360. Ist mein Mikro überhaupt an? Na, weiß ich nicht. Ich bin erst mal fett kaputt gegangen. Tja. Toll, Mensch. Ja gut, dann haben wir das jetzt auch wieder drin. Wir sollten uns das aufschreiben. Ey, ich bin übrigens hier heilos... Ich bin zwar super schnell jetzt, aber... Hahahaha. Hahahaha. Upsi, das tut mir echt leid. Was habt ihr wieder? Ich hab jetzt mit meinem... Okay, ich google nochmal. Einfach den Google-Assistenten gestartet. Von ihm. Und... Es muss da sein Handy immer anschreien. Bis er auf... Bis es auf ihn hört. Es tut mir echt leid. Das war nicht meine Absicht. Ach so, das... Ah, du hast jetzt über unseren Stream das Handy aktiviert. Ja. Ist ja genial. Oh. Das haben wir... Ja. Ja. Ich täglich grüße das Murmeltier. Don't... Quassel and drive. Aber das haben wir auch noch nie in den Stream gehabt. Das... Sowas... Das ist... Schon... Schon cool, ne? Next Level schon. Ja. Wie komm ich denn... Wie kann ich denn... Wie kann ich eigentlich die... Wie kann ich das Ding wieder drosseln? Was für eine U-Bahn? Was? Hast du so U-Bahn gesagt? Nein, ich will wissen, wie ich das Ding hier wieder drosseln kann, den... Den Boost. Auf Bremsen? Und wo ist... Bremslappen ausfahren? Und wo ist die Bremse? Ach so, da, okay. Soll ich das jetzt mal... Ähm... Nachschlagen? Ich werde jetzt nicht das Wort mit G sagen. Sonst geht hier gleich wieder ein Handy an. Soll ich mal nachgucken? Okay, du musst... Ach, Mensch! Anscheinend nudgelig, Winkelgasse. Boah, irgendwie stelle ich mich blöd an. Ich stelle mich blöd an. Kannst du gleich nochmal fahren? Das ist gut. Ich bin auch nicht besser als du. Oh, du bist zwölfter. Ja. Ich weiß, wie der Boost funktioniert, aber ich bin trotzdem letzter. Aber ich habe eine super Kraft. Ja. Ich kann fremde Handys steuern. Das ist doch cool. Aber das ist mir wirklich schon mal passiert. Da saß ich mit einem Kollegen zusammen in einer Bar und habe was erzählt. Und auf einmal hat sich sein Handy gemeldet und meinte dann, ich habe folgende Ergebnisse gefunden. Und ich war so, okay. Auch interessant. Toll. Ey, was soll der Müß? Ach du. Ich bin im Abstürzen bin ich noch. Boah. Bin ich noch neunter wollen? Ja, super. Das ist schon der beste Rang jetzt bisher. Toll, ich habe schon wieder kein Geld gemacht. Toll. Kein Geld. Gut, einen machen wir noch. Äh, ja. Ja, okay. Machst du noch einen? Ja, ich habe doch gerade verrissen. Man kriegt nur bis zum vierten Platz Geld. Ja, ich habe ja verrissen. Willst du dann? Oder warte, ich checke nochmal eben, wie das mit der Kühlung ist. So, wie viel Geld ist denn noch über? Da lassen wir doch direkt mal ein Follow da. Ach, wir haben ja noch Geld. Cool. Dann werde ich erstmal die Kühlung reparieren. Ich werde die Kühlung mal aufmotzen, ne? Mhm. Ja, danke schön für deinen Follow. Ich habe dich gerade auch gefollowt. Cool. Winkelgasse? Wo? Ne, ich habe gerade gelesen auf deinem Twitch, dass du auch 90er Jahre Kind bist. Das ist sehr sympathisch. 90er Jahre Kids sind cool. Deswegen, dachte ich mal, lasse ich direkt mal ein Follow da. Wir müssen uns doch gegenseitig unterstützen. Du kriegst das hin. Sicher? Du kriegst das hin, ja. Ich glaube an dich. Na gut. Du kriegst einen Cookie, wenn du es machst. Oh, ich habe gar nicht mehr so Hunger auf Cookies. Toll. Aber ich versuche jetzt, die Bremse auch mal zu nutzen. Also. Ne, wir machen es nicht wie Sponsport, immer nur Vollgas. Deshalb, äh, gucken wir mal. Ob ich es dann besser hinkriege. Ja, wie glauben an dich? Guck mal, es läuft auch ganz gut bisher. Ja, bisher. Ich habe ja erst die erste Runde. Also die neue Kühlung bringt es, ne? Ja. Und die Bremse. Das ist das beste Gadget. Bisher. Vor allem, jetzt weiß ich auch, warum die so gut anliegend auf dem, hier, Controller verteilt ist, ne? Wo ist denn die Bremse? Oh. Wow. Jetzt bin ich recht rausgegangen. Cool. Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. Oh nein, jetzt muss ich wieder reparieren. Shit. Ah, okay. Du musst mal wieder schauen, dass du zum Streamen kommst. Es ist momentan so viel los bei dir. Ja, gleich kommt der Nils und sagt, okay, reicht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Wie bitte? Ich sag gleich, sagst du, okay, reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Worauf? Ja, weil du frustriert bist. Also im Moment geht es ja noch. Okay, es geht noch. Ach, Mist. Komm, jetzt aber Vollgas, Vollgas. Ach nee, gar nicht Vollgas. Na, cool, du bist zweiter. Ist doch super. Ja, ich bin aber... Ja, ich will erster werden. Ich will die Strecke doch nicht nochmal fahren. Ja, aber ich meine, selbst wenn du... musst du erster werden. Ja. Okay. Ja, ich sag ja, die Kühlung ist die erste Erfindung. Also die Aufrüstung. Das sah jetzt so witzig aus, wie du sie gefreut hast. Ja. Okay. Hä, haben wir das schon mal gespielt? Nein, aber die ist cool. Ja? Glaube ich. Also vom Bild. Soll ich was upgraden oder soll ich erstmal so versuchen? Ich hab die super Kühlung jetzt. Also du kannst richtig gut jetzt boostern, nachdem wir ja gewusst haben, dass wir jetzt wieder auf X drücken müssen. Also, muss man zum... Du musst den linken nach vorne drücken und auf X drücken. Okay. Okay, 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 okay. Und wenn die Hitzeanzeige nach oben geht, musst du auf, äh, was ist das? Muss auf Kreis drücken. Der Moment, wenn man so auf die Konsole wechselt, dass man nicht mehr weiß, wo welche Taste liegt. Ha, 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 ha. Ist doch so. Ha, 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 ha. Verwechselt dauernd A und B. Ha, ha, ha. Ja, weil manchmal ist das so, den einen Tag spielen wir irgendwie Playstation, nächsten Tag Xbox und dann Switch. Und dann bist du maximal verwirrt. Gar nicht. Also ich schon. Gar nicht. Ich bin mittlerweile in einem Alter, da passiert das. Gar nicht. Nein, nein. Au, au. Ja, da jetzt. Au, da jetzt. Warum sind Männer immer so empfindlich, wenn man die nur so anstupst, dann sagt er direkt au. Ja. Aber dann weiß ich, dass du nicht schläfst. Oh, die habe ich schon mal gespielt. Jo. Ja. Die habe ich schon mal gespielt und der erste ist einfach schon meilenweit weg. Ja. Okay. Ich glaube, das ist die mit diesem großen Platz gleich, oder? Oder auch nicht. Jo. Äh. Oh, okay. Gut, da war ich einmal abgelenkt, um zu gucken und zack. Du kannst mir das ja sagen, was im Bescheid steht, weil ich kann das jetzt nicht sehen. Äh. Was hast du denn noch mitgekriegt? Ähm. Bist du sicher, dass ich dir das jetzt erzählen soll? Das sieht recht, äh, schwierig aus, die Strecke da, in den Kurven. Was ist mit, ähm, mit dem Streamen, dass er nicht so zum Streamen kommt? Äh. Das habe ich dann wohl nicht mitgekriegt. Gut. Super Voraussetzung. Ach so, da oben, ja. Ja, genau. Also man muss sagen, dass wir auch eigentlich erst seit, äh, November, ähm, streamen wir eigentlich recht regelmäßig. Ja. Wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren irgendwann mal gestreamt. Aber bisher haben wir noch keine Facebuttons irgendwo hingelegt. Aber, das, äh, was meinst du jetzt? Steht da im Stream. Die Facebuttons einfach nur nach oben, rechts, unten, links. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Ja, ich hab's auch, ich muss es nochmal richtig lesen. Oh, 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 oh. Das hab ich jetzt so rausgebracht. Ich hab als Null-Plan, worum es geht. Ha, es geht um Facebuttons. Oben, rechts, links, unten zu sagen. Boah, ich bin nur Siebter. Das gibt's gar nicht. Okay, vielleicht noch ein paar mehr Infos, damit ich hier meine erfahrenen, äh, Co-Kommentatorin Schrägstrich Rennfahrerin. Ach so, ja, okay. Hat eigentlich unsere Avocado getanzt? Was? Hat eigentlich unsere Avocado gerade getanzt beim Follow? Das weiß ich nicht. Hat unsere Avocado getanzt? Wie sich das anhört. Wir wollten eigentlich mal was Neues dahin machen, aber irgendwie kamen wir noch nicht dazu. Eigentlich ist es ganz gut. Sie hat, sie hat getanzt. Ja, okay, das ist gut. Sie hat ihren Move wieder gemacht. Ja, sehr schön. Und, äh, mit den Knöpfen ist gemeint, dass, äh, also für dich jetzt, Luna, dass du anstatt A, B, X oder sonst irgendwas einfach nur nach oben, unten, links, rechts, also quasi wie Steuerkreuz. Hm, ach so. Sag's. Ist irgendwie einfacher, ja. Das stimmt. Und, äh, man muss dann natürlich nur wissen, wo jetzt, oh, okay, wo dann jetzt A und B oder, oder, weiß ich nicht, was X-Kreis sonstiges dann ange, angelegt ist. Ja, ich hab den Boost jetzt gekriegt, hast du gesehen? Hab ich gemacht. Soll ich das mal lieber fahren gleich? Ich bin zwölfter, also, ich glaub, viel rausreißen kannst du da jetzt nicht mehr. Okay. Also, ich mein, die Strecke nochmal neu fahren, wir haben ja noch. Wie kann ich denn bremsen? Das Bremsen auf Kreis, also rechts. Okay. Muss auch nach rechts drücken. Auch nach, also mit dem, ähm, Kreis. Analog Stick, ach so. Uh. Naja, immerhin bin ich jetzt sehnter. Ja, immerhin nicht letzter. Hm. Wie du noch drauf rumreitest hier, also wirklich. Ich hab gesagt, immerhin nicht letzter. Ja. Beim Mario Kart Stream, wo wir jetzt die Strecken ausprobiert haben, war ich eventuell letzter. Aber es war nur ein Zwischenstand, dann haben wir halt aufgehört. Aber trotzdem war ich frustrierend. Ach komm, mach dich jetzt nochmal. Wenn du den Fahrer und den Kart hattet, aber das kam ich einfach nicht klar. Sonst bin ich besser. Aber Leute, die das sehen und uns nicht kennen, die denken, ich bin voll schlecht. Ja. Alles wird gut. Die Macht wird mit uns sein. Ja. Ach so, ich hab mal hier das Gas wieder voll gemacht. Oh nein. Da war ich zu ehrgeizig. Fängt richtig gut an hier. Ja, ich war zu ehrgeizig. Sorry. Alles gut. Du machst es sowieso besser als ich. Okay. Guck mal, hier kannst du schön links gehen und wenn er gleich anfängt zu piepen, dann muss du wieder runter gehen. Oh. Ah ja, okay. Cool. Was war jetzt vor für Effekt? Ich glaub, an der Strecke haben wir, also ich mein, die hätten wir schon mal gefahren. Aber die haben andere gespielt. Da waren wir, hab ich nicht gesagt, diese Dinger da sehen aus wie die Dreiecke, wie die, wie die aus, äh, Krieg der Welten, die Dingsis. Nee. Also hab ich jetzt nicht mitbekommen. Nee, da, also wir haben die, diese Strecke, glaub ich, schon mal gefahren. Aber ich mein, ein bisschen abgewandelt, oder war das in dem anderen Racer? So kurz das hin. Ach, Mensch. Ich glaub, es kann gleich echt sehen, dass ich dann sag, ich hab keinen Bock mehr. Ja. Och, nö. Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also, wir haben halt vorher, ich mein, es ist ja kein Geheimnis, was du mit Wario oder Waluigi als schwere Klasse, ähm, Vorteile hast, mit, weiß ich nicht, einem Go-Kart zum Beispiel. Aber das hat so überhaupt nicht bei mir funktioniert. Das hab ich dann ausprobiert, weil ich dachte, okay, wenn wir schon in einer großen Runde dann das Streamen, möchtest du jetzt nicht so schlecht sein, aber das ging voll nach hinten los. Nee, es ist ganz gut gewesen, muss ich sagen. Also, da hast du dich durchgehalten mit Wario und dem Go-Kart, ne? Ja, aber ich glaube, ich hab gleich keinen Bock mehr. Also, das Problem ist, ich spiel halt einfach die ganze Zeit immer nur mit, mit unserem eigenen Mi und mit dem, ähm, Standard-Bike und Standard-Reifen. Ja, weil der einfach cooler ist, der Mi. Ja, aber damit kam ich, aber damit kam ich bisher richtig, richtig gut zurecht. Auch online. Aber, ja, seitdem alle das jetzt wissen mit dem Wario, hast du da einfach keine Chance mehr, hab ich das Gefühl. Wie der sich nicht entscheiden kann zwischen 10 und 11. Ja, das kann doch nicht so schwer sein. Oder sind wir so schlecht. Ich weiß nicht, aber irgendwas machen wir falsch. Glaube ich. Boah. Da hilft auch keine Reparatur mehr. Ach, Menno, ey. Ach, Menno, ey. Versch lachen. Du bist ein richtiger Hm. Ich salte hier bei dir bei dir. Ich worshzen Sie Toll, einmal mache ich noch. Aber nur noch einmal. Und diesmal werde ich nicht hingehen und hier den Dings benutzen. Oh, das ist aber lange her. Das ist... Ach nö! Das ist schon ein bisschen länger her. Vor allem einfach mehr machen kannst du ja hier nicht, ne? Werkstatt upgraden? Tja, ich weiß es nicht. Tja. Wie sagen die jüngeren Leute, die nehmen uns Hobbes? Hä? Die nehmen uns Hobbes. Keine Ahnung. Ja, Zeit vergeht schnell, ne? Also, aber was nicht heißt, dass die Spiele nicht nice sind, ne? Also, das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir überhaupt gesagt haben, wir wollen das gerne streamen alles, weil wir eigentlich gesagt haben, wir machen so einen Retro-Channel komplett. Aber da wir halt aus zeitlichen Gründen, ähm, und weil ja Corona dann kam, nicht das geschafft haben, dann, äh, ja, das alles so hinzubekommen, weil es ist natürlich so wirklich schwer, die alten Spiele zum Laufen zu bekommen, haben wir dann gesagt, okay, ja, jetzt ist Corona, dann streamen wir jetzt einfach mal irgendwas. Ich glaube, Star Wars Battlefront war das erste, was wir gestreamt haben, ne? Also jetzt im November, glaube ich. Ähm, und haben dann gesagt, okay, gut, ja, wir haben hier so ein paar neuere Spiele, die sind auf Konsolen, dann streamen wir einfach das so lange, bis das andere läuft, ne? Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Also ich komme da mittlerweile auch gar nicht mehr so hinterher, mit den neueren Spielen. Also wir haben ja auch gesagt, schon vor Ewigkeiten, ähm, wo wir das noch nicht wussten, dass die von Mario Kart jetzt eben einen Streckenpass rausbringen, mit den alten, was machst du da? Weiß ich nicht. Mit den alten Spielen, äh, mit den alten Strecken, weil wir gesagt haben ja, was ist denn mit den alten Strecken, die sind doch auch nice, warum machen sie da nicht mal irgendwie so was draus? Und dann endlich kam diese Nachricht, dass es machen. Auch mit diesen, für die Switch gibt's ja diesen N64, ähm, Erweiterungs-Software-Dings da. Ähm. Ist halt schon nice, ne? Wenn du das wieder spielen kannst. Gerade so die alten Zelda-Spiele zum Beispiel. Wie ist denn das jetzt hier wieder passiert, dass es 10. bis 12. bis? Weiß ich nicht. Aber der Turbo macht Spaß. Hauptsache der Turbo macht Spaß. Ja. Weiter aufs Ziel zu, weiter aufs Ziel zu, weiter aufs... Shit, ey. Sorry, ich lach nicht über dich. Ja, hier. Ich lach dich aus. Nein. Du hast es gut gemacht. Bis gerade hast du es gut gemacht. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Bis das anhört. Ja, jetzt hab ich keine Lust mehr. Okay, ich versuch's noch mal. Wann kann man denn das nächste machen? Wenn du es gewonnen hast. Oder zumindest unter den Top 4 bist, glaube ich. Tja. So ist das. Ich hab nicht genug Geld. Was mach ich denn jetzt? Mist. Das war sehr gut. Ja. Also da kann ich auch, äh, auch, äh, ein bisschen mitreden. Also ich sag mal jetzt zwar nicht alle möglichen Spiele, aber zum Beispiel so Star Wars Dinger, die, äh, sammle ich auch irgendwie. Also zumindest so, dass man es auch spielen kann. Und, ähm, klar, weil, also, wenn man sich die Preise mal anguckt, ähm, ist das schon, 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 schon stark gestiegen irgendwie. Und ich geh mal davon aus, dass Corona dann nicht gerade unschuldig dabei ist. Ja, dass auch viel mehr Leute auf Twitch jetzt sind. Wenn die Leute halt alle zu Hause bleiben sollten und, was macht man da? Ja, zocken. Aber ich muss ganz kurz sagen, ich hab das jetzt gerade auch im Chat kurz gelesen, was du geschrieben hast. Es ist auch nochmal was anderes, wenn du es im Regal stehen hast, die alten Spieler, als wenn du... Das ist jetzt aber eine andere Strecke, ne? Wo ich nur kurz gesagt hab. Echt? Ja. Hä? Hab ich eine andere rausgesucht? Weiß ich nicht, aber die ist jetzt irgendwie anders. Ich hab nicht aufgepasst, das ist die davor, glaube ich. Ähm, ups, muss ich jetzt trotzdem spielen? Ja. Ich kann es auch beenden. Ja, gut. Schon gehabt. Ich wollte nur sagen, wir haben auch die ganzen Playstation 1 Spiele und sowas alles hier stehen. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du es jetzt irgendwie für die Switchen hast, ne? Oder die N64-Spiele. Also wenn man es einfach so, wie ein Foto. einfach, wenn du es festhalten kannst, angucken kannst. Es ist schöner, als wenn du es auf dem Handy guckst. Also, es ist halt Ansichtssache. Hä? Ich hab doch jetzt... Ach, bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Dir fehlt das Essen. Ja, ich merke das schon. Ja, ganz klare Kiste. Dir fehlt das Essen. Ich glaube, da haben die Leute erstmal so wirklich drüber nachgedacht. Ja, da muss ich hin. Und haben so gemerkt, so, hm, war da nicht nochmal was Cooles? Ja, 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 doch, das kann ich sagen, ja. Ja. Also, es ist schon, also es hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Zustand ab, in dem sich die Spiele befinden, aber die, die halt in wirklich gutem Zustand sind, da verlangen die Leute echt schon, ja, ganz stolze Sümmchen. Und ich meine, man kann natürlich da so ein bisschen gucken, wo ist es vielleicht so, dass man sagt, ja, man nimmt dann... Oh, das ging immer schnell. Ja, du hast noch 15 Sekunden schon so eingebracht. Ja, das wird gut. Ja. Ähm, da kann man vielleicht dann auch, weiß ich nicht, mal einen Knick irgendwie in der Anleitung oder sonst irgendwas, hier mal ein kleines Krätzerchen auf der CD in Kauf nehmen, wenn man dafür das Spiel dann hat und es, ja, funktioniert und nicht ganz total abgelutscht aussieht. Ähm, das geht dann auch, ne? Also, es ist, ist halt eine Freemail-Arbeit, sag ich mal, wenn man natürlich gucken muss, ähm, wo kriegt man, ich sag jetzt mal, das beste Material her, aber, ähm, es, es geht noch, ne? Okay. Aha. Ciao. Ja, ja. Also, da kann ich ja mal so ein bisschen was erzählen zum Thema FIFA, ähm, also kurz runtergebrochen, gut, ich meine, die aktuellen Fifas glaube ich mir auch eh schon gar nicht mehr, also nur wenn sie dann, weiß ich nicht, äh, gebraucht irgendwo im Internet, ähm, bei meinem Gebrauchthändler des Vertrauens, dann super günstig angeboten werden, aber, ähm, das war eine Zeit lang auch ziemlich so, dass, äh, du einfach, weiß nicht, außer ein paar neue Trikots nicht viel hattest, Erneuerungen, und teilweise, also, so wie die, ich sag jetzt mal E-Sportler, das, äh, habe ich jetzt auch noch so am Rande mitgekriegt, das, äh, erzählt haben, hast du halt ständig irgendeinen neuen Gameplay-Gedöns da gehabt, und du konntest dich da gar nicht so richtig drauf einstellen, wie du das Spiel überhaupt spielen kannst, sonst, also, ich sag jetzt mal professionell als E-Sportler, zumindest dem, was ich da gelesen habe, nach, ähm, also insofern würde ich mich dann, ne, da wirst du ja sicherlich auch meiner Meinung sein, so wie ich das jetzt da lese, ähm, da wäre man sicher eher froh, wenn man ein Spiel kriegt, das, ja, braucht dann halt vielleicht auch mal statt einem zwei Jahre, dann, weiß ich nicht, kostet's vielleicht auch mal fünf bis, weiß ich nicht, zehn Euro mehr, aber dafür hast du dann ein, also, ein wirklich fertiges Spiel auch, klar, du hast natürlich immer mal irgendwelche kleinen Macken, die man dann schnell wegpatchen kann, aber, dass es dann nicht komplett unspielbar ist, ne, und, ähm, ich weiß nicht, wir hatten doch auch mal irgendwo so ein Spiel, Lu, ne, äh, in einem YouTube-Video gesehen, wo, 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 wo groß Tamtam und Ankündigung und Marketing, alles super, und dann ging halt überhaupt nicht, ja, genau, das war das, ne, ähm, da fragt man sich dann auch, was machen die da die ganze Zeit, ne, haben die eigentlich so, weiß ich nicht, drei Viertel ihrer Zeit irgendwas anderes gemacht und dann, oh, scheiße, wir müssen jetzt ganz schnell ein Spiel, äh, raushauen, ne, ja, ja, also, gut, ich meine, als, als Sammler hat man natürlich gerne immer was, ne, Hardware-mäßiges im Schrank stehen, aber, ähm, ja, theoretisch wird es ausreichend, wenn man dann, sagen wir mal, das Jahres-Update, äh, dann auf ne, weiß ich nicht, Scheibe etwas günstiger kriegt, aber dann musst du nicht den ganzen Gedöns da wieder draufkloppen, und in der heutigen Zeit, denke ich mal, wo man eh, also der Großteil ja eh immer alles nur noch als Download sich besorgt, kann man dann halt, das für die, ne, ich sag jetzt mal, Liebhaber von, ne, ich hab jetzt eigentlich keine Lust mehr, ich würd gerne was essen, ne, ja, zwei Stunden, zwei Stunden mit 500 kmh durch die Gegend, Gurken macht hungrig. Ich will's einfach mal versuchen, okay, ich weiß, ich werde schlecht sein, aber ich probier's einfach mal hier. Ja, das kann man schon hin. Ne, auf jeden Fall, das gab's, was, ja, sehe ich, das gab's ja, glaube ich, auch mal bei, äh, bei Fußballmanager, die Serie haben sie ja auch eingestellt, weil denen wieder mal nichts Neues eingefallen ist, ähm, sehr, sehr schade übrigens, als Fußballfan, aber egal, da war es ja auch so, dass du bei Fußballstadt 2007, glaube ich, auch ein Update gekriegt hast, nur, ähm, für irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, muss ich mal rauskramen. Was bringt es, wenn du alle, jedes Jahr oder so ein neues Spiel rausbringst, was total mit der heißen Nadel gestrickt ist? Ja, das ist ja das, was ich jetzt sage. Du kannst, die Hülle, kannst, ja, das ist ja das, was ich ja versuche gerade zu sagen. Die Hülle mit den wichtigen Updates kannst du ja verkaufen als Hardware-Kopie, ne, aber das Spiel an sich musst du ja nicht zwingend ändern, sondern nur verbessern und da musst du nicht alles neu machen, ne. Wie jetzt hier, äh, Mario Kart, Streckenpass, ne, das Grundspiel ist super, das ist mittlerweile auch, ich denke mal, so stabil, dass du da alles, also, wenn es überhaupt mal was Instabiles gab bei Mario Kart. Naja, der Online-Modus war halt nicht so. Ja, okay, dann ist der jetzt aber vielleicht auch besser. Oh, wow. Entschuldigung. Und irgendwie fährst du jetzt wieder eine andere Strecke. Ja. Ich wollte es mal ausprobieren. Okay. Es ist nochmal schwerer. Auf jeden Fall, ne, da gibt es ja jetzt auch den Streckenpass oder weiß ich nicht, dann können sie da auch noch diverse Updates machen mit noch mehr Charakteren oder noch mehr Strecken und, keine Ahnung, noch mehr Items und Gedöns, ne. Und dann ist gut. Und schlussendlich kannst du dann theoretisch als limitierte Auflage von mir aus dann dir das ganze Super-Deluxe-Paket holen als Hardware-Kopie, wo es sicherlich auch Leute gibt. Hä? Was war das denn? Ich habe ja von dem, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe ja von dem hier Star Wars Racer, habe ich ja auch die, äh, weiß nicht, wie schimpft sich das jetzt? Limited Run Hardware-Kopie, ne, weil ich das gerne, also ich finde das Spiel an sich cool. Und das wollte ich dann auch unbedingt als Hardware haben. No! Aber jetzt andere Spiele habe ich auch einfach nur als Download, ne, weil es sich wahrscheinlich erst mal nicht gerechnet, dass... Morhun Racer. Ja, das war einfach voll teuer als Hardware-Kopie und du hast es einfach für locker die Hälfte billiger als Download gekriegt. Also für ein bisschen, ne, Kartfahren, warum muss ich da jetzt, äh, das Doppelte ausgeben? Ich meine, wenn es jetzt Mario Kart wäre, hätte ich jetzt, wenn ich es nicht schon gehabt hätte, hätte ich mir jetzt überlegt, ja, okay, komm, ne, hast die anderen auch alle als Hardware, dann kannst du die vielleicht auch nehmen. Wo lang, wo lang, da. Aber an sich, ähm, muss nicht immer alles, äh, Hardware sein, ne, man kann es auch als Download nehmen. Oder man nimmt es als Download und wartet dann, bis es irgendwo dann als, keine Ahnung, früher hieß das, hieß das Spielepyramide oder Softwarepyramide oder so, ne, bis es das dann da gibt, dass du dir dann eine Hardware-Kopie dann zulegen kannst. Ähm, aber an sich... Boah, ist das eine lange Strecke, ey. Wäre man eigentlich schon froh, wenn die Spiele wenigstens ordentlich laufen würden und nicht so verpackt wären. Ne. Ich meine, die Anforderungen sind natürlich heutzutage jetzt viel, viel höher, ne. Ja, du musst halt... Und wenn die Leute, die ja nachkommen, die es nicht mehr kennen, wie die Spiele vorher waren, haben auch viel höhere Anforderungen, ne. Die erwarten viel, viel mehr. Ja. Vor allem, was das alles für Geldsummen verschlingt, so eine Entwicklung, ne. Ciao, die fahren einfach so frei. Ja, ja, genau das, genau das ist. Was denn? Also, hier, dass, ähm... Ciao. Schon wieder, dass, äh, vieles halt als Download gekauft werden kann und das, wo wirklich das Herz dran hängt, dass man das dann als Hardware-Kopie sich holt. Ja. Ne. Also, in dem Fall bin ich absolut da, äh, einer Meinung. Ne. Wie gesagt, das habe ich mir jetzt auch als, als Hardware-Kopie organisiert, denn so Star Wars-Sachen, ich bin als Star Wars-Finden. Das ist halt cool, wenn du es im Schrank stehen hast. Genauso wie, wie der ein oder andere Film, den ich auch, äh, im Regal stehen habe. Da bin ich ja auch ein Freund von, 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 ja, Hardware-Kopien, ne. Aber ich habe trotzdem, äh, also bin trotzdem hier die, diversen Streaming-Dienste, ne. Und das reicht auch eigentlich für den, sagen wir mal, schnellen Konsum. Wenn man dann wirklich so ein Genießer-Event draus machen will, dann tut man sich die Scheibe in den Player und, äh, guckt sich das dann an. Das ist auf jeden Fall noch mal was anderes. Ich habe noch Schallplatten, also von da an. Ja, ja, es ist genau das Gleiche. Das ist ja, ist ja ein Riesen-Boom mit Schallplatten, äh, mittlerweile wieder. Ich hatte schon, da war das noch nicht so ein Boom. Ja, ich, ich sage ja nur, dass du halt viele, viele Sachen, ich sage jetzt mal auch als Neupressung mittlerweile kriegst, ähm, wo dann die Originalpressung aus den jeweiligen Jahrzehnten mittlerweile fast schon, du musst das reparieren, ähm, fast schon unbezahlbar sind, was die Leute da, also die, die gut erhalten sind natürlich, was die da für, für Mondpreise aufrufen. Ja. Das ist schon, schon Wahnsinn, ne. Aber, ja, ich meine im Prinzip machen wir die Preise ja selber, weil irgendwer fragt sich ja dann, äh, äh, also, also fragt dann, fragt dann nach immer, ne, wer bietet das an? Ja, Nachfrage riesig, dann, ja, kann ich auch mal ein bisschen mehr Geld verlangen. Mhm. Sprich, wenn wir nicht sowas haben wollen würden und da jedes Sümmchen für zahlen würden, dann würden auch die Preise wahrscheinlich wieder runtergehen. Aber... ist wieder so schlecht, ich war doch richtig gut. Ja. Ist halt, bissl schwierig. Aber insofern, der nächste Crash kommt bestimmt, ne? Also, jetzt nicht unbedingt nur dein Crash da. Der kommt auch bestimmt. Der 3, 2, 1 und... Ne, bist du noch? Ja, jetzt. Ha, gut. Leichte Verzögerung. Ach, Mann, jetzt bin ich aber Letzter. Ja, du musst was essen. Dann bist du mehr konzentriert, ganz klar. Habe ich schon gesagt, dass es gefüllte Pizzabrötchen gibt? Ich erst mal à la Haute Cuisine mäßig herstellen werde. Mhm. Mhm. Der Nils hat nämlich ein ganz cooles Rezept mit Pizzabrötchen aus Muffinform. Und das werden wir heute machen. Wow, guck mal, ich denke an Essen und es passiert das. Wobei ich hätte jetzt, in Anbetracht dessen, dass ich relativ viel Hunger habe, hätte ich jetzt gesagt, wir machen... Wir bestellen uns eine Pizza. Nein. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen es einfach nach Art des Lieferdienstes. Ach so. Hm. Aber ich würde das doch gerne mal mit den Muffin... Ja, gut, dann machen wir es so. Ja. Und dann sollten wir es irgendwann machen, weil ich doch jetzt schon echt ein kleines... Ja. Oh, Moment, jetzt kommt hier was. Ah, ja, Moment. Äh, also... Ja, das stimmt, genau. Toll, ich kann es nicht lesen. So, ja. Es geht um Bonusmaterial, sprich, dass du bei Disney Plus zum Beispiel jetzt, ähm, auch, weiß nicht, geschnittene Szenen oder, weiß nicht, irgendwie Hintergrund... Das ist mein C, ja. Entschuldigung, dass du da, weiß nicht, geschnittene Szenen, äh, keine Ahnung, Bonusmaterial, aller Art da krass, was du sonst nur auf den, auf den DVDs oder, äh, Blu-Ray-Bonus-Disks, ähm, krass. Ja. Das ist natürlich schon eine ganz... Eieieiei, das gibt gar nicht gleich wieder einen Crash. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Ich kann mich nicht reparieren. Ähm, wobei, das Interessante ist, das müssen wir auch noch mal kurz ansprechen, wenn wir bei Disney Plus zum Beispiel schon sind. Ähm, du kriegst es immer relativ, ob das jetzt wirklich 4K ist oder nicht, aber du kriegst teilweise Filme da in, in, in einer besseren Qualität angeboten, als du sie tatsächlich so im Laden kaufen könntest. Das ist, das ist schon eine ganz, ganz interessante Sache. Wie gesagt, ob das jetzt wirklich, ne, visuell besser ist, ist dahingestellt, aber rein technisch, äh, äh, steht da zumindest, dass der Film dann dir in, in, in Ultra-HD angeboten wird zum Beispiel. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, wie gesagt, lass mal jetzt mal außen vor. Ne, aber es ist schon, schon ganz cool. Oder du kriegst teilweise sogar Filme dann in HD angeboten, die du sonst nur auf DVD kaufen kannst. Ne, also es, es hat, es hat einfach Vor- und Nachteile, ne. Wenn du kein Internet hast, dann, also mal Ausfall oder sonst was, dann hast du halt nur dein, deine. Ist das das Schwierigste? Elite-Klasse, ja. Dann hast du halt nur deine, deine DVD und Blu-Ray-Sammlung. Und ansonsten, wenn es Internet läuft, dann hast du natürlich fast schon grenzenlose Auswahl. Und bei manchen Sachen, boah, das gibt's gar nicht. Wirst du mir sicher recht geben, Lu, würde ich wahrscheinlich auch keine DVD oder Blu-Ray kaufen. Ne, weil ich das Ding einfach nur sehen will und dann ist gut. Und, äh, ja, jetzt geht die Richtung Richtung Essen, würde ich sagen. Ne, du weißt ja, ich muss die Dinger noch machen und wenn ich hungrig bin, dann bin ich nicht ich. Dann wirst du zu Diva, ne. Genau. Nein, das stimmt gar nicht. Und wir sind da nicht so gut im Zocken. Erfahrungshalber, ne? Ja, okay. Das wusste ich jetzt gar nicht. Hä, wie witzig. Du antwortest mir, aber liest was anderes. Toll. Ja, hier, ich lese gerade, dass in Amerika eigentlich fast kaum Blu-Ray noch, noch, dass es da fast keinen Markt für gibt. Ja. Oh, okay. Wusste ich auch nicht. Ich meine, wir in Europa sind ja auch ein bisschen anders. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das auch gut so ist. Ich meine, wir sehen ja gerade, was so in Richtung Osten abgeht. Ich halte uns da Europäer für ein bisschen, sagen wir mal, schlauer als andere. Und gut, ich meine, Amerika ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, was jetzt Unterhaltungsindustrie angeht. Aber, ähm, ja. Gut. Ich mag halt meine Scheibe im Regal. Und, ähm, da, äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn die ganzen US-Studios da ihre Scheiben, äh, also ihre immer noch weiterhin auf Scheibe anbieten. Aber gut, wenn jetzt, äh, der europäische Markt da sowieso ja ein bisschen anders ist als anderswo, dann, ja, kann das ja eigentlich nur vielleicht auch förderlich sein. Denn wenn alles gleich wäre, wäre ja langweilig. Beziehungsweise, dass, äh, wenn wir es auf Scheibe angeboten kriegen, dann können wir es auch offline quasi gucken. Das hat natürlich dann auch Vorteile. Aber gut, äh, jetzt habe ich echt Hunger. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt was essen können. Ja, ich bin ja da. Ja, du musst mich nicht anbetteln, dass es was zu essen gibt. Sehr gut. Dann gehe ich erstmal an meine Technik-Ecke, würde ich sagen. Und übergebe das Wort an unsere. Kannst du dich noch verabschieden? Echt? Darf ich das? Wow, klasse. Also. Weil du so, okay, ich geh jetzt mal weg. Okay, ich bin dann jetzt mal weg. Und danke fürs Zugucken. Und ich hoffe, meine Ausführungen hier haben euch allen gefallen und euch irgendwie weitergebracht. Und wir können gerne mal, äh, demnächst einen, ähm, wie nennt sich das noch? Technik-Talk mit Nils. Ja, das andere, was wir sowieso mal vorhatten. Ein Koch-Stream? Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie, 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 wie heißt die Kategorie nochmal, wo du nur Blubbers beißt? Bei Twitch? Josh Chatting. Ja, genau, Josh Chatting. Haben wir? Ach ja. Gut, und nebenbei haben wir ein bisschen Bayard gespielt. Ne, aber das können wir ganz gerne auch mal, äh, wieder machen. Ist ja immer ganz schön, wenn man mal so ein paar andere, äh, Meinungen zu coolen, interessanten Themen dann, äh, gut, jetzt hier nur in schriftlicher Form, aber egal, ähm, dann auch mal, mal zugeschickt kriegt, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und, äh, ja, ich bin ja hier, ne? Also, ich muss erst noch ein bisschen ab, äh, ab, äh, moderieren. Ja, die Abmoderation, der Abmoderation. Der Abmoderation, ja. Die Vorabmoderation. Genau, die Vorabmoderation. Ne, aber ich halte es kurz, weil, äh, die Lu will ja auch noch was sagen, deshalb danke ich fürs Zuschauen und Zuhören und, äh, ja, ich verdrück mich jetzt mal wieder in meiner Technikecke und, ähm, ich halte es natürlich auf dem Laufenden, was unser kleines Problemchen hier angeht. Vielleicht hat der Kopfhörerausgang ja irgendwann mal ein Einsehen. Und, äh, ja, dann darfst du jetzt, Lu, würde ich sagen, oder? Ja, 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 okay, wenn ich darf. Ähm, ja, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der zugeschaut hat heute und, äh, für die netten Gespräche und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und noch eine schöne weitere Woche. Wir planen natürlich morgen wieder unseren It Takes Two-Stream. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen rumrödeln und was verändern. Also, ob's pünktlich wird, wissen wir jetzt noch nicht. Sagen wir jetzt schon mal vorher. Ähm, ja. Und, und Nils singt gerade irgendwas da hinten? Ach so, oh. Ja, Spider-Man ist am Start. Okay. Solange er da hinten in der Ecke bleibt, ist alles cool. Das Spiel haben wir übrigens auch. Ja, das stimmt. Ja, ähm, dann, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und vielleicht seid ihr ja morgen wieder am Start. Da machen wir ein Koop-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ähm, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.